Und jetzt kommt auch der Trainer, der Chefcoach und der wird sich heute schwer Gedanken gemacht haben. Hat ja hier auch ein paar besondere Freunde, zumindest einen. Ja, das ist korrekt. Horst Steffen, der Cheftrainer der SVE, ist ein alter Weggefährte von Zreto Ristic. Die beiden waren bei insgesamt drei Vereinen zusammen, das Trainerteam. Horst Steffen, Cheftrainer und Zreto war der Co-Trainer bei den Stuttgarter Kickers, bei Preußen Münster und beim Chemnitzer FC. Also die beiden kennen sich aus dem FF und jetzt kommt der Zreto auch gerade zum Horst Steffen. Die begrüßen sich innig, man kennt und schätzt sich. Ja, aber die Freundschaft, die ruht jetzt mindestens für 90 Minuten. Und es sieht so aus, als ob der UFC anstoßen würde. Und das, ja, wird Soriano erledigen. Also, da sind wir gespannt. Kleines Stimmungsduell. Der kleine, kleine Elbersberger Fanblock versucht hier gegen die vielen mitgereisten Offenbarer Fans anzustinken, sozusagen. Und der Schiri, der hat jetzt die Hand gehoben, schaut nochmal auf die Uhr und dann wird er anpfeifen. Jetzt geht's los, kommt mit uns der OFC, der ist im Spiel und auch am Ball. Okungbova zurückgespielt auf Kapstein und dann geht's ganz zurück auf Stefan Flauder. Der hat natürlich jetzt die Fans im Rücken und hier soll jetzt natürlich richtig die Post abgehen. Und da sind die Elbersberger zum ersten Mal am Spielgerät. Versuchen ein bisschen in die Mitte reinzuschlagen. Okungbova erst mal gut geklärt auf Dona Dennis. Jetzt geht's raus auf die rechte Seite. Ja, da versuchen sie es ein bisschen schnell überfallartig ins Zentrum rein. Immer noch der OFC, also hat bis jetzt natürlich fast ausschließlich Ballbesitz. Und Elbersberg, ja, mit dem Block erst einmal, der geht dann fast unter das Tribünendach. Und so wird's Einwurf geben. So wie's aussieht, aber erst mal für die Elfen. Ja, genau. Breitenbach hat den Ball geklärt und dann ging er ins Seiten aus. Jetzt wirft Fabian Baumgärtel auf der linken Seite ein auf Höhe des 16ers. Wieder zurück auf Baumgärtel, langer Schlag nach vorne. Aber Zelenjewski gewinnt das Kopfballduell. Hat dabei aber gefoult. Freistoß für Elbersberg aus der eigenen Hälfte. Also, da hört ihr es. OFC-Echo. Da geht's schon richtig ab. Und jetzt die Offenbacher Hellwach. Kapstein schön dazwischen gegangen. Ronny Marcos, der kontrolliert die Kugel. Ganz zurückgespielt auf Stefan Flauder. Der ist nicht im ungewohnten Trikot unterwegs. Nein, der ist im blauen Trikot. Hier, der wird auch mächtig schwitzen. Denn der ist hier auf der Sonnenseite mächtig beschieden. Ball im Haus. Einen Wurf wird es geben für den OFC. Noch tief in der eigenen Hälfte. Und da kann ich nochmal sehen, die Zaunpfanne. Ja, die Sträuße, Deutschlandfahne ist dabei. Dann haben wir da die kotzenden Kutten, Dietz, Limburg und so weiter und so fort. Die Gude natürlich. Natürlich, Seltas, die Hane, alles was Rang und Name hat, ist hier vertreten. Oldschool und Schleißheim. Also, das kann ich alles erzählen, weil das Bällchen zurückgespielt wird von Elversberg. Und in dieser Hälfte, da könnten sie eigentlich bleiben. Ja, das wäre okay, wenn sich das Spielgeschehen in der gegnerischen Hälfte abspielt. Aber jetzt schneller Spielaufbau Elversberg über die rechte Seite. Aber Okungbova passt gut auf. Und Hussein Basic hat den Ball und trägt ihn nach vorne. Langer Seitenschlag auf Hermes. Auf rechts, der Konter läuft. Ja, der Konter läuft. Das sieht doch ganz gut aus. Allerdings müssen die Offenbarer jetzt erst einmal nachrücken. Und deswegen hat er gut verzögert. So, Jano, nochmal rausgespielt auf die rechte Seite. In der Mitte, da lauert vielleicht Vierrad. Ja, ja. Und jetzt gibt es aber Ecke, Ecke, Ecke für den UFC. Das ist Eckball Nummer 1. Und da machen wir einen Strich. Und dann können wir euch jederzeit hier auf dem Laufenden halten, auch was diese Geschichten angeht. Ja, da oben seht ihr es. Petty Protect, die Sonnencreme. Die haben wir immer im Rucksack dabei. Die wird heute schwer gebraucht, auch für die Mannschaft. Das ist unser starker Partner. Die haben ja auch hinten die Trikotbeflockung geändert zu unseren Gunsten. Und jetzt schauen wir, der UFC, der kommt jetzt mit der Ecke von der rechten Seite. Schön reingeschlagen. Erst einmal, ja, auf die Fünferkante sozusagen die Elversberger abgewehrt. Aber der UFC bleibt im Ballbesitz. Versucht es nochmal über die rechte Seite. Da hat sich Vierrad ganz, ganz rüber auf rechts fallen lassen. Jetzt durchs Zentrum. Ja, zieht er ab. Naja, warum denn nicht? Auch wenn es dann ein bisschen zu hoch war. Ja, aus 20 Metern schießt Vierrad nach einem Doppelpass mit Okungbova ab. Leicht drüber. Aber der erste Torschuss der Partie geht auf das Konto des UFC. Und jetzt sitzt ein Elversberger auf dem Boden. Ist angeschlagen, hat was ins Gesicht bekommen. Da können wir noch ein bisschen Statistik machen. Du hast dich ja schlau gemacht. Ja, genau. Also der UFC tritt heute zum insgesamt 13. Mal in Elversberg an der Kaiserlinde an. Die Bilanz ausgeglichen. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Und insgesamt die Bilanz allerdings aus UFC-Sicht negativ. Und jetzt der Elversberger wird behandelt. Das ist Manuel Pfeil. Hat irgendwas ins Gesicht bekommen. Schiedsrichter Jonas Brombacher erkundigt sich. Aber das Spiel geht jetzt weiter. Elversberg vorübergehend zu Zehnt. Ja, also dann wird es Abstoß geben hier. Von Frank Lehmann. Im Schlussmann. Weiterschlag. Ist auf 60 Meter. Da kommt er runter. Erstmal schön mitgenommen durchs Zentrum. Die Elversberger allerdings dann erst einmal zwei Offenbacher, die da den Raum zumachen. Und schön verteidigt. Jetzt geht es vorwärts. Wo sind Basic? Hat die Lücke gesehen auf Sekran-Vierer. Der hat Platz jetzt auf der linken Bahn. Der geht über 15, 20 Meter. Und jetzt muss die Flanke kommen. Vorne rein. Naja, warum denn nicht genau auf dem F-Meter-Punkt? Da kam sie runter. Erstmal geklärt auf Elversbergers Seite. Aber der UFC, das kann man sagen, ist gut im Spiel. Der UFC ist gut im Spiel. Und im Vergleich zum Spiel gegen Homburg spielt der UFC ein bisschen zurückgezogener. Attackiert nicht ganz so hoch. Aber bei den Temperaturen heute wieder sehr sonnig, sehr warm. Da geht das auf die Kraft und ein bisschen tiefer stehend. Und dann schnell umschalten, so wie es eben über rechts, über Hermes ging. So wie eben über Firat. Das ist das Mittel der Wahl heute. Ballgewinn in der eigenen Hälfte und dann schnell nach vorne. Jetzt baut Elversberg auf über Konrad und von Pierschowski. Konrad hat den Ball und spielt wieder zurück auf von Pierschowski. Gemächlicher Spielaufbau von Seiten der SVE. Ja, wie über die rechte Seite jetzt in Angriff versuchen zu starten. Da geht es dann vorne Richtung Zentrum. Allerdings schon wieder schön die Kreise gestört. Klasse in der Rückwärtsbewegung gemacht von Tonay Dennis. Und Soriano, der die Kugel mitnimmt, da hat er abseits gepfiffen. Na ja, gut, also da haben wir jetzt gerade mal, wie lange gespielt? Sechste Minute, sechste Minute 0 zu 0. Also noch waren keine allzu großen Aufreger hier mit von der Partie. Allerdings muss man sagen, der UFC hat hier schon mächtig Spielanteil. Ja, auf jeden Fall. Der erste Torschuss der Partie ging auf das Konto des UFC. Serkan Firat hat aus 20 Metern etwas drüber geschossen. Und Elversberg ist bemüht um Spielkontrolle. Aber wenn dann der Ball nach vorne kommt, dann ist bislang der UFC in der Defensive aufmerksam. Erobert den Ball und schaltet schnell um. Jetzt Soriano hat den Ball festgemacht nach einem Einwurf. Elversberg hat den Ball nach vorne geschlagen. Ist im Ball gesetzt geblieben. Und jetzt hat der Schiedsrichter Foul gepfiffen. Ja, und die Offenbacher Fans dort hier dieses direkt vor deren Augen. Und zwar auf dem zweiten Fanblock, nämlich der, der schön auf der Schattenseite liegt. Auf der Gegengerade. Die waren da nicht ganz einverstanden. Aber kann schon was gewesen sein. Freistoß wird es geben von der linken Bahn. Jetzt gilt es, das Ding da hinten zu verteidigen. Also, wollen wir mal gucken. Diagonal zum Tor das Ganze noch 28 Meter. Allerdings doch sehr, sehr weite Außenposition. Und so stehen sie jetzt alle hier auf der 16er Linie. Da soll Schluss sein. Und rhythmisches Klatschen hier auf Elversberger Seite. Wie gesagt, im kleinen Fanblock. Oh, da haben sie sich gegenseitig. Hast du das gesehen? Da hätten sie sich fast über den Haufen gelaufen. Und da gibt es Freistoß jetzt für den UFC. Das habe ich selbst noch nie gesehen. Slapstick. Ja, ohne dass der Freistoß ausgeführt wurde, gibt es Freistoß. Aber ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. Denn, ja, er hat faul im Strafraum gepfiffen, ohne dass der Ball gespielt wurde. Ja, jetzt dürfen sie doch, jetzt dürfen sie doch den Freistoß ausführen. Also, das ist ja merkwürdig, aber irgendwo auch logisch. Ja, also es sah irgendwie so aus, als hätten die Elversberger den Ball doppelt berührt. Einer hat mit der Hacke abgelegt, der andere wollte schießen. Ich glaube, hat keiner berührt, die sind beide drüber geraten. Keine Ahnung. Und das war dann auch die Entscheidung, weswegen sie jetzt natürlich dürfen. Das hätte mich auch gewundert, dass dann auch der UFC auf einmal Freistoß hat. Wie auch immer, aufpassen, aufpassen, da hinten auf die Offenbarer Fankurve zu. Kommt jetzt dann der Freistoß von der Elversberger Seite. Wie gesagt, 28 Meter, linke Position, diagonal zum Tor. Jetzt kommt da reingeflogen, Flauder. Der hat den unter dem Applaus der drei, vier Hunder, die hinter ihm stehen. Und dann, wie gesagt, haben wir seitlich noch einen zweiten Fanblock. Und die machen hier schon mächtig Radau. Also, jetzt erst einmal zurückgespielt. Flauder wählt erst einmal die linke Bahn, Karpstein. Und, ja, wir können nicht so ganz alles einsehen, weil hier ist ja in Elversberg immer diese Besonderheit, dass der Kamerastand sozusagen fast mitten aufs Feld gebaut wurde. Oh, aufpassen, Elversberg kommt jetzt hier, schon an der Strafraumgrenze. Jetzt muss dazwischengegangen werden, gut gemacht. Challenge, jetzt geht, geklärt. Und Hussein Basic, der sieht jetzt hier auf der linken Beiseite, Serkan Fira, den hat er erst einmal mitgenommen. Und dann wird das Kügelchen erst einmal Safety First zurückgespielt auf Stefan Flauder. So, jetzt kann neu aufgebaut werden. Erst einmal mit dem weiten Schlag, 30, 45 Meter. Am Ende sind es geworden, bis der Ball hier runterkommt. Und dann ist er ganz hinten bei Frank Lehmann, dem Schlussmann der Elversberger. Ja, die Elversberger bauen jetzt wieder auf über Dacay. Hat sich zurückfallen lassen, wieder der Aufbau über die Innenverteidiger. Und jetzt kommt gleich der Schlag nach vorne. Er findet auch Kager. Und jetzt hat Schnellbacher den Ball in der Spitze. Schnelle Verlagerung auf rechts, auf den Außenverteidiger Fellhauer. Der gegen Firaat bringt den Ball rein. Feil hat den Ball im Strafraum, an der Auslinie, an der Grundlinie. Und dann ist er noch gefährlich. Die Elversberger machen jetzt Druck hier. Ah, da muss endlich die Hula mal weggemacht werden. Das versucht dort hinten jetzt auch. Ja, in dem Fall ist es Serkan Firaat, der dort hinten aushilft. Und dann ist der Ball jetzt ausgeschlagen worden hier. Auf der rechten Seite. Einwurf SVE. Ja, die Saarländer, absolutes Top-Team. Jeder Trainer der ganzen Liga hat sie auf dem Zettel für die Meisterschaft. Und ja, auch der eigene Trainer sagt, wir wollen Erster werden. Ja, das ist auch der Anspruch, wenn man in der letzten Saison mit 88 Punkten Zweiter geworden ist, hinter dem Meister dann. Und als Sportler will man sich verbessern, man will immer besser werden. Wenn man Zweiter geworden ist, ist natürlich dann die einzige Verbesserung Erster zu werden. Das Potenzial dazu haben sie. 98 Tore in 42 Ligaspielen letzte Saison. Das ist bockstark. Richtig flinke Offensive, das sieht man auch im Kombinationsspiel heute wieder. Jetzt Dakei schlägt den Ball wieder nach vorne. Aber Gilenjewski passt auf und klärt den Ball. Okunbova gewinnt ihn wieder. Und jetzt pfeift er. Ah, da wird jetzt zwar Freischuss für Elversberg gepfiffen, aber, 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 das gefällt mir gut, wie sie da gedoppelt haben, wie sie da den Raum zugemacht haben. Also, sie sind konzentriert bei der Sache. Ja, Spiel gegen den Ball sehr gut. Und jetzt, wo der Schiedsrichter schon ein-, zweimal gepfiffen hat, können wir den Schiedsrichter auch noch erwähnen. Schiedsrichter ist Jonas Brombacher. Der hat den UFC zweimal gepfiffen. Bilanz, ein Unentschieden, eine Niederlage. Aber vielleicht sind ja aller guten Dinge drei. Jetzt bringt die Nummer 21, Dakei, bringt den Freistoß rein. Mitte der UFC-Hälfte bringt Dakei den Ball rein, schießt direkt, aber weit vorbei. Ja, rechts am Tor vorbei. Aber da muss noch jemand dazwischen gewesen sein, denn es gibt Eckball für die Saarländer von der rechten Seite. Und da gilt es erneut aufzupassen. Ja, ich muss jetzt immer aufstehen, um zu sehen, wann der Eckball ausgeführt wird. Ja, Zäune und Kamerastände. Also, da kommt er reingehaut. Flach erst einmal an den Reihen. Kurz vorbei, aber dann doch rausgeschlagen. Erst einmal die Gefahr gebannt. Und jetzt kann der Angriff eingeleitet werden. Schön gemacht von Osen Basic auf Second-Virat. Was soll er machen? Ja, muss erst mal Tunay Dennis mitnehmen. Und da ist wieder Osen Basic. Schön verlängert auf Second-Virat. Klasse, gefährliches Kombinationsspiel. Und dann ist er am Ende doch gelandet hinten bei Frank Lehmann. Aber der UFC, der zeigt an, dass er hier nicht nur verwalten will. Nein, nein, der will auch hier nach vorne Akzente setzen. Ja, das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinn, das sieht richtig gut aus. Da ist der UFC jetzt schon über die Seiten ein-, zweimal sehr gut durchgekommen. Und jetzt liegt Dennis Hussheim-Basic im gegnerischen Strafraum auf dem Boden. Ist zu Boden gegangen, hat was ins Gesicht bekommen. Aber er steht wieder auf. Wir hoffen, dass es für unseren Youngster weitergeht. Er hält sich nach wie vor den Kopf. Das Spiel ist angehalten. Der UFC hat einen Wurf, aber wird den Ball jetzt gleich wieder zurückbringen. Wir haben das jetzt hier zur Trinkpause genutzt. Und das sage ich an dieser Stelle mal, wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro braucht das Laufband. Das zeigt die Kontoverbindung Laufmacher-Kekers an. Ja, jetzt am Anfang der Saison ist es ganz wichtig, dass wir da wieder, ja, unsere Beiträge einsammeln, eure Beiträge einsammeln. Ihr seht es ja, wir legen vor, ihr zieht nach. So kriegen wir das hin. Vielen herzlichen Dank all denen, die sich schon beteiligt haben. Und wen 40 Euro auf einen Schlag zu viel sind, der kann sich das einteilen. Zweimal 20 Euro. Oder manche machen es auch mit einem Dauerauftrag jeden Monat. 3,33 Euro. Gibt auch 40 Euro. Also, so kriegen wir das wie immer gemeinsam hin. Herzlichen Dank. Gebt ihr einen Ruck. Sei dabei. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Einwurf direkt hier auf der Mittellinie für die Elfen. So werden sie ja hier auch genannt. Und die haben erst einmal den Weg ganz zurück zum eigenen Tor gewählt auf Frank Lehmann. Jetzt schauen wir. Alp-linke Verbindung, nochmal zurückgespielt. Jetzt versuchen sie es über das rechte Halbfeld. Also, das ist Wischowski. Und dann ist der Ball im Seitenhaus. Einwurf. Zehn Jarts Raumgewinn. Fellhauer. Der Mann sucht jetzt hier seine Mitspieler. Aber die Offenbacher versuchen den Raum schnell wieder zuzumachen. Und so wird das Kügelchen von hinten raus, über das Zentrum, auf die linke Bahn verlegt. Ja, und jetzt wieder der lange Schlag. Aber Breitenbach passt auf. Aber ein Elversberger bekommt den Ball. Jetzt über links geht der Elversberger an die Grundlinie. Aber Breitenbach klärt zum Einwurf. Wieder gut gemacht. Und die Offenbacher Fans dort hinten, die hört ihr nicht nur. Die sind auch richtig angetan von dem, was sie da zu sehen bekommen. Auch wenn sie vielleicht so die gelb-blauen Trikots nicht gemocht haben. Ja, die anderen beiden kamen ja super an. Könnte das noch zum Geheimtipp werden? Jetzt hat es erstmal Tonei Dennis versucht mit einem Sprint. Dann war allerdings meines Erachtens ein hohes Bein, oder? Ja, eben an einer Situation hat er gegen Okunbova ein Foul gefilfen, wo man weiterlaufen lassen kann. Jetzt hat er hier weitergelaufen, wo man vielleicht pfeifen könnte. Aber prinzipiell, wenn man nicht jeden Zweikampf abpfeift, ist das ja gut. Und jetzt Elversberg im Zentrum, spielt den Ball auf links außen. Flinkes Spiel. Die Flanke kommt. Aber Jelinjewski passt auf. Breitenbach schlägt den Ball zu kurz. Aber Hussein Bassic passt auf. Und die nächste Flanke. Aber Flauder hält den Schuss aus 20 Metern. Ja, der gut pariert. Aber allzu schwierig war es dann nicht. Er stand natürlich gut. Also ist ja wichtig, auch für den Torhüter, dass er das richtige Stellungsspiel hat. Jetzt lässt er sich erstmal Zeit. Beim Abwurf hat er den Kollegen Jelinjewski hier auserwählt, sozusagen. Und dann kommt die Kugel erneut zu ihm zurück. Und diesmal geht es dann über die linke Seite. Karpstein. Und jetzt wird es hier ganz, ganz ruhig. Weil auch die OFC-Fans sich mal hier ein Singpäuschen sozusagen können. Ja, und Hussein Bassic, der hat ja für ihn schon einige Male hier Säckern-Vierrad gesucht und gefunden. So auch jetzt. Allerdings wird er hier mächtig gedeckelt. Und das hat der Schiri gut gesehen. Stand sieben Meter entfernt hat er es sofort geahndet. Freistoß wird es geben für den OFC. Noch in der eigenen Hälfte. Ja, Tunay Dennis steht bereit. Um ihn auszuführen, hat eben Ronny Marcos Anweisungen gegeben. Und jetzt wird der lange Schlag. Kommt der Crossball auf rechts? Nein, er probiert es mit Serkan Firat auf links. Der kann den Ball behaupten, geht an die Grundlinie. Aber Fellhauer klärt zur Ecke. Abstoß. Er zeigt Abstoß, aber Serkan Firat ist damit nicht einverstanden. Aber gut, das Spiel ist unterbrochen. Da habe ich hier was. Rot-Weiße Grüße aus der ostfriesischen Insel Norderney. Ja, wir sind hier natürlich im Fanradio dabei. Lara und Familie schreiben das. Also, das haben wir hier mit ausgerichtet. Weiter geht's mit den Saarländern. Tief in der eigenen Hälfte. Aus dem eigenen Strafraum heraus. Erst einmal über 50 Meter das Kügelchen nach links geschlagen. Breitenbach aufgepasst. Schön ins Aus buxiert. Einwurf Elversberg auf Höhe der Mittlinie. Ja, Breitenbach heute sehr aufmerksam. Hat schon ein paar Situationen gut geklärt. Er kennt sich hier im saarländischen Jahr aus. Das hat die letzten zwei Jahre beim 1. FC Saarbrücken gespielt. Das ist hier um die Ecke. Und apropos Saarbrücken, die UFC U19 hat heute ihr zweites Saison oder im zweiten Saisonspiel gegen die U19 von Saarbrücken in der A-Jugend-Bundesliga mit 3 zu 1 gewonnen. Na, das freut uns doch. Herzlichen Glückwunsch an unsere Buben. Klasse Geschichte. Immer weiter kämpfen, kämpfen. Sind ja nicht ganz so gut reingekommen in die A-Junioren-Bundesliga. Da gab es einen Auftakt-Niederlage. Aber wenn sie jetzt gewonnen haben, alles gut. Ja, genau. 3 zu 1 verloren letzte Woche. Heute 3 zu 1 gewonnen. Ausgeglichen, alles gut. Und jetzt sehen wir die nächste Ecke für die Elversberger, nachdem Breitenbach den Ball ins Aus geklärt hat. Wird jetzt Manuel Pfeil die Ecke reinbringen. Steht er zusammen mit Dacay an der Eckfahne. Von aus UFC-Sicht rechts wird Dacay den Ball jetzt reinbringen. Hebt die Hand, bringt ihn. Aber Kapstein ist da, hebt ab und klärt ihn nach vorne. Tunay Dennis geht ins Kopfball-Duell. Der kann Vierat. Der UFC kann kontern. Sven Basic passt auf. Ja, den hat er voll ins Gesicht bekommen. Es liegt jetzt etwas benommen da. Tunay Dennis, das heißt, der UFC erst mal unterzahlt die Freiburgie. Ja, die Elversberger spielen weiter. Und jetzt hat es der Schiri auch gesehen. Hat das Spiel unterbrochen. Ja, ist blöd, wenn der Ball so mitten ins Gesicht, auf die Nase oder so springt. Also, dann sind wir jetzt in der 18. Spielminute. 0 zu 0 steht es für die, die später eingeschaltet haben. Der UFC richtig gut im Spiel. Hat hier schon das eine oder andere Mal richtig vorne Richtung Tor der Elversberger gespielt. Auf der anderen Seite, ja, gab es auch schon ein, zwei Schüsse. Aber nichts, dass Flauder ernsthaft in Bedrängnis bringen könnte. Ja, der erste Schuss aufs Tor ging direkt auf Flauder. Den hat er souverän gehalten. Und jetzt der UFC baut auf mit Karpstein. Okungbova lässt sich im Ballbesitz in eine Dreierkette reinfallen. Die Außenverteidiger stehen hoch. Schilinjewski hat auf rechts den Ball. Bringt den Crossball auf Serkan Vierat, der eingerückt ist. Aber Frank Lehmann nimmt den Ball sicher auf. Und jetzt baut Elversberg wieder über die Innenverteidiger auf. Ja, jetzt in der Sommerhitze, 30 Grad, sind sie ja hier fast im Schatten. Also da unten wird es noch ein bisschen wärmer sein. Das ist uns jetzt über die rechte Seite. Aber, ja, ja, wie du es sagst, wie du es schon mehrfach angedeutet hast, also im Spiel gegen den Ball, die Offenbacher richtig gut, wie sie da die Räume schön zumachen, immer mal wieder doppeln. Und so haben sie auch jetzt das Spielgerät zurückgeobert. Allerdings geht er auch jetzt wieder verlustig. Das heißt, die in weiß gekleiteten Elversberger versuchen es. Und es bleibt beim Versuch Ronny Marcos über die linke Seite. Jetzt dritter Annen, zündet ein bisschen den Turbo. Er ist noch ein klein bisschen verzögert. Serkan Vierat. Ah, Hosein Basic. Und dann ist es Tonaj Dennis. Der ist wieder genesen, hat ja den Schlag ins Gesicht bekommen oder den Ball sozusagen aus nächster Nähe. Und Jelenjetski im Neuaufbau. Jetzt auch für die Mittlinie. Breitenbach gesucht und gefunden. Da muss nochmal zurückgespielt werden. Ja. Ah, das war nicht ganz so erfolgreich, oder? Doch, der Ball bleibt in den Reihen der gelb-blauen. Wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist nicht Braunschweig. Das ist unser OFC. Ja, und jetzt Tonaj Dennis. Jetzt lässt er sich ein bisschen in den Aufbau reinfallen. Okungbova hat den Ball, spielt wieder zurück auf Kapstein. UFC baut wieder einen Dreieraufbau auf. Diesmal mit Dennis, der den Ball nach vorne auf links schlägt. Auf Ronny Marcos, der bekommt ihn noch. Hat ihn auf links. Bringt ihn rein. Im Strafraum klärt ein Elversberger vor Hermes. Ecke, Ecke, Ecke für den OFC. Das ist schon die zweite. Also der OFC, der macht ernst. 2 zu 2 steht es nach Ecken. Und jetzt mal von der rechten Seite. Da wollen wir gucken. Ja, Ronny Marcos, der hat da eben den Angriff gut eingeleitet. Sah richtig gut und schnell aus. Jetzt Tonaj Dennis. Das ist der Kunstschütze. Mal gucken, wie er das Ding da reinzwirbelt. Und die OFC-Fans, die sind hier noch sangesfreudig. Da kommt er reingeflogen. Schalinecki erst mal hochgestiegen. Soriano zieht ab ins Gemälde. Nachschuss. Und da ist er nicht. Stimmt nur links vorbei. Donnerschlag. Das war die größte Chance. Bis jetzt im Spiel. Und hört nur OFC, OFC skandieren sie. Also das war die größte Chance. Riesengelegenheit. Soriano schießt im 16er links. Der Ball wird abgeblockt. Fällt an die Strafraumkante. Zu Hermes. Der zieht ab. Und dann Elversberger kann klären. Jetzt dritte Ecke für den OFC von links. Die auch wieder Tonaj Dennis reinbringen wird. Wir können die Ecke nicht ein... Ja, ich gucke mal. Ich stehe mal auf. Da sehe ich es. Jetzt läuft er an. Dann kommt er reingeflogen. Ja, da haben sie sich natürlich vorne alle eingeschaltet. Die üblichen Verdächtigen. In Schelenjewski, Kapstein und so weiter. Allerdings erst einmal abgewehrt. Und es wird Absturz geben dort hinten. Von Frank Lehmann. Dem Schlussmann der Elversberger. Ja, auch die Elversberger generell keine allzu große Mannschaft. Im Schnitt sind die Größenverhältnisse ungefähr ausgeglichen. Sie haben zwei große Innenverteidiger. Und vorne die Offensivkräfte, die sind alle flink. Die sind alle wuselig. Aber da kann über Standards vielleicht heute was gehen. Wenn sich unsere kannten Okungbova, Jelenjewski, Kapstein ihren Bewachern entziehen, könnte heute ein Standard vielleicht der Schlüssel sein. Die Elversberger müssen ganz zurückspielen. Denn da gab es überhaupt keinen Anspielpartner. Weder im Zentrum noch auf der Außenbahn. Also versuchen sie es ganz neu von hinten raus. Erstmal im linken Halbfeld. Jetzt versuchen sie ein bisschen Tempo zu machen. Auf der Schattenseite kommt er rein. Aber da ist Kapstein. Ganz souverän. Und Okungbova leitet den Angriff ein. Und Dennis Husenbasic, der hat Platz, der geht 10, 15, 20 Meter. Rechts rausgelegt. Jetzt muss die Flagge kommen, oder? Noch mal zurückgelegt. Und dann ist er drin. Nein, rechts vorbei. Oh, da fehlten nur wenige Zentimeter. Der muss rein. Hermes über rechts legt zurück auf Tunay Dennis. Und der sieht Soriano im Strafraum. Der schießt vorbei. Aber es scheint abseits gewesen zu sein. Von daher. Aber Donnerschlag. Eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Hermes wählt nämlich den Weg in den Rücken der Abwehr. Dort steht Soriano. Der feuert das Ding los. Und ich hatte den Torschrei schon auf den Lippen. Das Ding muss doch irgendwie rein. Jetzt kann man sagen, zwei große Chancen für den UFC. Und in dieser Chancengröße hat der Elversberg noch keine Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Der UFC hat sich jetzt in den letzten Minuten, oder die Elversberg haben in den letzten Minuten kaum noch wieder gefährlich den Weg in den Strafraum gefunden. Und kaum sagt man es. Aber ja, schon wieder Freistoß. Tunay Dennis geht da im Mittelfeld ein bisschen zu beherzt zur Sache. Elversberg hat am Mittelkreis den Freistoß ausgeführt. Schnell über Lapreward. Aber Tunay Dennis sehr gut aufgepasst. Kann klären. Lapreward geht zu Boden. Aber es wird weiter gespielt. Und Flauder hat den Ball. Ja, und das ist immer gut, wenn wir den Ball haben. Allerdings lässt er sich noch ein bisschen Zeit. Und dann können wir hier noch schnell die Hannelore Krämer verlesen. Österreich, die grüßt den Mann. Der ist mit dem LKW unterwegs. Und hört natürlich auf die Fanradio. Was denn sonst? Jetzt geht es dann auch gleich hier weiter auf dem Feld. Und dann sind wir natürlich hier absolut auf Ballhöhe. Ja, Kapstein. Ja, nochmal ganz zurück. Und dann wird er weit rausgeschlagen hier von Flauder. Mittelfeldduelle. Wird um jeden Zentimeter hier gefightet. Da kommen sie über die rechte Bahn. Jetzt geht es dann schon so Richtung Strafraumkante. Kommt er nochmal raus. Den kriegt er nicht, oder? Na ja. Also Ecke wird es geben. Also nach Ecken steht es jetzt, ich glaube, 4 zu 3 für den UFC. Ich meine, wir hätten eine Pferde gehabt. Wie auch immer, von der rechten Seite jetzt Eckball. Ah ja, da steht es auch. Okay. Also da kommt er reingeflogen. Hinten, weit, weit hinten ran. Tony Dennis, der hat den Braten erst mal gerochen. Geht dem Ball dort entgegen. Allerdings die Elversberger, ja, noch einmal zurückgepasst. Dann kommt er vorne rein. Aber dann, na ja, überhaupt keine Mühe. Der Gänge, 6 Meter links am Tor vorbei. Keine Gefahr fürs Offenbacher Tor. Ja, jetzt wieder Abschlag. Flauder, der in der ersten Hälfte den Nachteil hat, dass er auf die Sonne schaut. Er spielt gegen die Sonne. Aber bislang noch keine Beeinträchtigung. Aber er trägt keine Kappe. Nachdem du mich eben so fürsorgsam gefragt hast, ob ich eine Kappe dabei habe, hätten wir das Flauder vielleicht auch noch tun sollen. Für Flauder müssen wir auch immer einen einpacken, oder? Ja, immer vermerken, Ersatzkappe für Nico dabei haben und für Flauder. Jetzt Ronny Marcos im Verbund hier mit Serkan Firat auf der linken Bahn, direkt hier auf der Linie sozusagen. Und dann Husin Basic, der noch mal Kapstein mitnimmt. Und, ja, da ist er wieder, der Youngster. Und dann der Cross-Pass auf die rechte Bahn, wird Breitenbach gesucht. Ja, und er geht hinten auf die Tribüne. Ja, ja, nach dem Motto, der Platz ist klein, aber hoch. Hat er das versucht. Ja, ein Wurf wird es geben für den UFC. Breitenbach. Das Ganze ist schon in der Elversberger Hälfte. Direkt vorm Trainerhäuschen. Ja, also das war jetzt ein klein bisschen Raumgewinn. Denn der Ball wurde sofort hier ins Seitenaus gebuxiert. Und der UFC immer noch am Spielgerät. Da ich es sage, strafe ich mich Lügen. Also, jetzt versuchen sie es hier schnell durchs Mittelfeld. Links rausgelegt, die Elversberger. Überfallartig. Hier hinten steht einer ganz frei. Da muss man sich auch mal ein bisschen kümmern. Fellhauer ist das. Aber schön aufgepasst. Also, die Kreise schön gestört. Also, der UFC konzentriert bei der Sache. Richtig griffig in den Zweikämpfen. Gewinnt die Bälle, schaltet dann schnell um. Jetzt geht es ein bisschen langsamer. Ronny Marcos hat ausnahmsweise mal nicht den Turbo eingeschaltet. Sieht Hussein Bassic auf Höhe der Mittellinie. Der spielt wieder zurück auf Okungbova. Der UFC nimmt ein bisschen den Gang raus. Und jetzt kommt der Schlag nach vorne auf links auf Ronny Marcos. Aber Fellhauer passt auf. Serkan Firat gewinnt den Abpraller. Geht Richtung Grundlinie, dreht ab. Zieht Dennis Hussein Bassic wieder. Der verlagert auf Okungbova. Der UFC ist jetzt wieder auf Höhe des Mittelkreises. Musste das Tempo rausnehmen. Aber diese Situation nach Ballgewinn, das schnelle Umschaltspiel, das ist gefährlich. Ja, also, die Elversberger versuchen jetzt hier übers linke Halbfeld zu kommen. Naja, da hat Lukas Hermes ja ein bisschen geremmelt. Der Schiri hat es aber weiterspielen lassen. Also gut, und so bleibt der UFC im Ballbesitz. Das nehmen wir gerne mit. Und die Fans, die sind immer noch richtig gut drauf. Und sie haben ja auch schon hier mindestens zwei richtig, richtig gute Chancen für den UFC gesehen. Und gerade das letzte Ding, ganz knapp rechts am Tor vorbei. Donnerschlag, da war mehr drin. Das waren zwei richtig gute Situationen. Und jetzt Elversberg klärt wieder, bevor der Ballseher kein Vierrad erreicht. Aber Tunay Dennis heute richtig gut gegen den Ball. Gewinnt alle Bälle. Hermes zieht ab und knapp über das Tor. Nächste Möglichkeit für den UFC. Der zeigt dann, wo es lang gehen soll. Nämlich Richtung Elversberger Tor. Aber ja, auch wenn er dann am Ende, ja, 1,50 Meter, 2 Meter über die Latte ging, muss man sagen. Das geht schon alles im wahrsten Sinne des Wortes in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Der UFC gewinnt immer schnell die Bälle, spielt schnurstracks nach vorne. Und jetzt Susann Bassic und Soriano nehmen den Elversberger in die Mangel. Der kann sich aber befreien, bevor er den Ball verliert. Und jetzt Elversberg über links, spielt wieder zurück. Und jetzt wieder die Spielverlagerung auf links. Elversberg hat kaum Platz, mal schnell, für ihr schnelles, flinkes Offensivspiel. Also bis jetzt, muss man sagen, geht der Matchplan des UFC auf. Ein Türchen, das täte der Sache natürlich richtig gut. Denn sie sind richtig gut im Spiel, sowohl in der Rückwärtsbewegung als auch nach vorne raus. Sieht das alles ganz gut aus. Und jetzt aufpassen, die Elversberger. Ja, ja, am Ende war es ein Gewaltroller, der hier mit einem Raunen bedacht wird. Ja, Jillian Jetzki, glaube ich, war es, der den Ball dann noch abfälscht. Und der kullert dann schlussendlich ins Aus. Vierte Ecke für die SVE. Von der rechten Seite. Und die UFC-Fans, die heben gerade die Hände zum Himmel. Und da hört ihr es, jetzt wird geklatscht und gerufen. Da hinten soll verteidigt werden. Jetzt kommt er dort reingeflankt hier auf Elversberger Seite. Ja, immer noch die Elfen. Da kommt er vorne rein. Kopfball, lockt! Flauder! Glanz da! Donnerschlag noch einmal Flauder! Das waren jetzt die zwei guten Gelegenheiten für Elversberg. Und zweimal Flauder. Und jetzt muss er nochmal ran! Uiuiuiuiuiuiui! Dreimal hintereinander! Zweimal Flauder! Überragend! Ja, Flauder richtig stark. Erst holt Fichter da einen Eckball. Einen Kopfball, der ins Eck geht. Fichter richtig gut raus. Steigt direkt wieder hoch. Und fragiert den Nachschuss. Und dann der Schuss jetzt von der Strafgenkänze geht knapp vorbei. Elversberg meldet sich zurück in der Offensive. Der Flauder da hinten im langen blauen Kittel. Der muss doch schwitzen wie sonst was. Aber er wird hier angefeuert. Stefan Flauder langgezogen. Wird hier skandiert. Und das hat er sich verdient. Denn das waren zwei mächtige Paraden. Hat ja im Grunde auch zuletzt den Sieg festgehalten. Ja, Flauder macht genau da weiter, wo er aufgehört hat gegen Homburg. In der Nachspielzeit hat er diesen richtig gut geschossenen Freistoß in den Winkel. Hat er sensationell rausgefischt. Und auch jetzt wieder zwei gute Paraden. Während Soriano oder der UFC hat auf jeden Fall schnell gekontert. Ist aber dann zurückgepfiffen worden wegen Abseits. Das Spiel ist unterbrochen. Da habe ich hier Grüße vom Uli. Und ja, der grüßt den Freggl vom Fanmuseum und dem Mirko. Und der Dreier soll mitgebracht werden. Ah ja, da hätten wir nichts dagegen. Und die Möglichkeiten, die haben wir auch schon hier ein ums andere Mal gehabt. Jetzt der neue UFC. Also durchs Mittelfeld über die rechte Seite. Ja, nochmal zurückgespielt Breitenbach. Ja, vielleicht auch mal hintenrum und dann nochmal die andere Seite wählen. Hat sich nämlich alles auf die linke Bahn verlagert. Und jetzt ist die Lücke gefunden. Okungboba muss jetzt rausspielen. Macht er auch. Schnellen, jetzt geht's. Und Kapstein. Dann Ronny Markus. Ja, und der hat jetzt ein bisschen Platz. Aber nochmal der Fuß in Basic gelegt. Und jetzt lassen Sie das Bällchen ein bisschen laufen. Ja, der UFC, jetzt ist es Elversbergs Turn, sich mal ein bisschen zurückfallen zu lassen. Elversberg steht jetzt im 4-4-2. Gewinnt ein Kopfballduell gegen Soriano. Und jetzt geht's schnell. Elversberg mit sieben Meilenstiefeln geht auf die linke Außenbahn. Jelinski klärt den Ball zur Ecke. Aber der wäre fast noch reingefallen. Ja, so ungefährlich war das gar nicht. Aber Flauder, ganz, ganz cool. Hat das natürlich besser gesehen als wir. Ja, aber Ende ist das Bällchen aufs Tornetz, aufs Tordach sozusagen geknallt. Ei, ei, ei. Das sah am Ende dann doch noch richtig gefährlich aus. Und jetzt gibt es Eckstoß von der linken Bahn. Das Ganze in der 33. Spielminute, die jetzt in dieser Sekunde begonnen hat. Beim Stande von 0 zu 0. Der UFC zwar noch mit dem Chancenplus. Allerdings nimmt man jetzt hier die Gesamtschance, wo er gleich dreimal drauf gefeuert hat. Aber aufpassen, jetzt erst nochmal. Dann würde ich sagen ausgeglichenes Chancenverhältnis. Und der ging jetzt auch hier übers Tor. Aber im Grunde muss man sagen, ja, ist eigentlich das, was zu erwarten war. Das heißt, ja, ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, auf jeden Fall. Der Anfang war ausgeglichen. Dann ist der UFC ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hatte Chancen. Und jetzt kamen die Elversberger mit drei guten Chancen rein. Also ist wirklich sehr ausgeglichen. Und ich würde sagen, wer den ersten Fehler macht, der hat dann, oder wer den ersten Fehler macht, der hat gute Chancen, das Spiel vielleicht zu verlieren. Deshalb am besten keinen Fehler machen. Der hat gute Chancen, das Spiel zu verlieren. Ich habe den Satz schon zurechtgelegt, aber irgendwie kriegt man es nicht hingebügelt. Da hast du gemerkt, da musst du noch ein bisschen drehen. Aber jetzt dreht der UFC erstmal auf, nämlich mit Ronny Markus. Über die halblinke Verbindung, ja, versucht es mit der Körpertäuschung. Ja, schön rausgelegt von Tonay Dennis auf Serkan-Vierrad. Jetzt muss die Flanke kommen. Vorne rein, Soriano! Und da muss er rein. Nein! Was ist denn das? Donnerschlag, Lukas Hermes. Der stand eigentlich richtig. Das war die nächste Riesenmöglichkeit. Ei, 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 ei. Hoffentlich, ja, trau er mit ihm nicht irgendwann nach. Denn irgendwann, da muss doch ein Ding rein. Ja, starke Parade von Lehmann, der den Kopfball von Soriano, der ist richtig in die Knie gegangen, hat den Ball gut in die Ecke gelegt. Aber Lehmann hat aufgepasst. Und dann, bevor Hermes einschussbereit dastand, hat der Elversberger Verteidiger geklärt. Der Ball jetzt wieder im Dreieraufbau vom UFC. Okungbova hat den Ball. Das sah richtig gut aus. Oder das sieht alles richtig gut aus. Schelenjewski, Soriano lässt sich gut fallen, verteilt den Ball auf die rechte Seite. Breitenbach, aber den kann Hermes nicht bekommen. Jetzt ist Elversberg wieder dran mit dem Spielaufbau. Also, ja, es ist wirklich schön hier, den UFC hier so forsch zu sehen. Aber, 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 wie hat es Reto gesagt, wir müssen früher den Abschluss finden, beziehungsweise das Tor machen. Und, naja, mir ist eigentlich egal, wann wir es machen, solange wir eins mehr machen als die Elversberger. Und der UFC, der ist auch im Ballbesitz. Wieder jetzt über Kapstein geht es links raus hier, direkt auf der Mittellinie. Und Okungbova mit Tunay Dennis und Dennis Hussein-Basic im Verbund. Jetzt kommt der Pass auf Serkan-Vierrad. Der dreht sich erst einmal, geht ein paar Schritte. Lukas Hermes, dem ist er versprungen. Ja, oh, da ist er aber wuserlich vorbei gemacht. Und von Tunay Dennis, so sagt es zumindest der Schiri. Und der kriegt gleich gelb hinterher. Also gelb für Tunay Dennis. Oh, was hat er denn jetzt noch? Hier der Kollege Baumgärtel, der will sich jetzt hier auch noch ernsthaft mit Tunay Dennis anlegen. Also, ich meine, es ist doch gehandelt worden. Was will er denn? Ja, es war ein taktisches Foul. Elversberg hätte einen guten Konter fahren können. Natürlich regen sie sich da ein bisschen auf, aber es wird gelb gegeben. Was soll der Schiedsrichter da noch alles machen? Alles gut, weiter geht es mit dem Freistoß. Aber der Schiedsrichter hat immer noch Gesprächsbedarf. 36. Minute. 0 zu 0 steht es. Mindestens drei Riesenchancen auf offenbarer Seite. Ja. Haben wir schon gesehen. Und jetzt gleich wird es hier weitergehen mit dem Freistoß für die SV Elversberg. Noch tief in der eigenen Hälfte. Ja, er macht auch keine Anstalt, den erst mal nach vorne zu schlagen. Erst mal quergelegt. Und jetzt kommt er sogar zurückgespielt. Auf Lehmann. Dann geht es links raus. Jetzt kommt mal der öffnete Pass dort auf die linke Strafraumkante. Sollte er kommen. Jelinski war erst mal dazwischen. Ah, Okungbova. Ja, die Kugel zurückgehobert. Da ist er wieder am Ball mit signalfarbenen roten Schuhen. Also, Serkan Firat. Und Kapstein spielt ganz zurück auf Stefan Flauder. Das ist natürlich nicht so angenehm bei der Hitze, da auf dem Platz zu stehen. Wir sind gerade noch im Schatten. In der zweiten Halbzeit werden wir hier auch beschienen. Ja, die Sonne hat einen richtigen Wumms vorne. Der vordere Teil an der Seitenlinie, der ist mitten in der Sonne. Wir sind ja noch im Schatten. Aber die Sonne kommt und der UFC kommt auch. Flanke, Ronny, Markus, Elversberg. Pass auf, Tunas Dennis im Rückraum und schießt knapp vorbei. Am Ende acht Meter links am Tor vorbei, hat er abgezogen aus 29 Metern. Kann man ja mal probieren. Tunas Dennis hat ja schon ganz andere Distanzen genutzt, um sich in die Torschützenliste einzutragen. Ist auch ein guter Vorbereiter. Und Okungbova hat den Ball gleich abgefangen. Elversberg ist dazwischen. Jetzt wird aber hier. Ja, ja, jetzt gibt es wahrscheinlich gelb. Nee. Also ich dachte, Okungbova bekommt gelb. Nichts bleibt dabei, Gott sei Dank. Und er erkundigt das sich auch gleich hier bei seinem Gegenspieler. Denn da hat er ihn schon zu Fall gebracht. Es gibt so ein kleines Gespräch hier mit dem Schiedsichter. Da kriegt der Schiri einen kleinen Klaps von Okungbova und kann es weitergehen. Und das ist Dacay. Ja, die SVE baut auf mit Pfeil, aber Hussein Basic passt richtig gut auf. Aber zu dritt erobern sie sich den Ball wieder. Konrad schlägt den Ball auf Serkan Firat, der den Ball jetzt sicher hat. Und Sie müssen schauen. Ronny Marcos hat den Ball auf links, schlägt den Ball hoch nach vorne. Soriano geht ins Kopf, weil Duell verliert gegen Pieschowski. Aber Firat bekommt den Ball, Dennis in der Zentrale legt den Ball auf, Hermes auf rechts. Freitenbach hinterläuft, Dennis kriegt den Ball zurück, spielt auf Freitenbach auf rechts. Der UFC tritt ein bisschen auf die Bremse. Freitenbach sichert den Ball. Elversberg kann klären. Einwurf UFC. Ja, Ball im Haus. Und dann sage ich es nochmal, wir brauchen dringend eure Unterstützung. Jetzt ist wieder die Zeit, die Unterstützungsbeiträge einzusammeln, sodass wir immer, immer weitermachen können. Für euch, Fanradio, Kickers TV, Spielerportraits, Trainingslager, alles das, was wir so tun. Und das natürlich für euch, dass ihr immer live dabei seid, immer im schnellsten Medium rund um den UFC. 40 Euro braucht es, wem das auf einen Schlag zu viel ist, kann man sich auch einteilen. Zweimal 20 Euro haben viele gemacht vor und Rückrunde. Oder Dauerauftrag 3,33 Euro im Monat gibt auch 40 Euro. Also, ja, gleich ist Halbzeit, dann könnt ihr die Gelegenheit nutzen. Im Laufband, wie gesagt, ist die Kontoverbindung eingeblendet. Und auch auf der Seite fanradio-ofc.de findet ihr die Kontoverbindung fanradio-ofc.de. Jetzt geht es weiter mit dem UFC, Hussein Basic. Ja, schön auf rechts verlagert. Über Hermes und dann geht er erstmal zurück. Oh. Ja, aber jetzt wieder das Spiel über die Außenbahnen. Sieht mir heute richtig gut vom UFC. Die Außenverteidiger stoßen nach vorne, kommen immer wieder durch. Jetzt in dem Fall hat die Flanke von Marcos nicht gepasst. Aber das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt Elversberg hat auf ihrer linken Seite den Ball. Baumgärtel wird einwerfen, wirft ihn ein. Okungbova erobert den Ball. Elversberg hat ihn wieder. Das geht hier munter hin und her mit Balleroberungen. Hüben wie drüben. Spielverlagerung. Robin Fellhauer hat den Ball. Pfeil behauptet sich gegen Marcos. Und jetzt schlägt Fellhauer den Ball auf links. Das ist Baumgärtel. Der ist wieder vorne. Fasseln. Aber der geht jetzt ins Tor aus. Ja, und die offenbaren Fans dort hinten, die haben das jetzt hier beglatscht, weil da nämlich keine Gefahr ist dann. Und Stefan Flauder, der greift sich jetzt erstmal das Kügelchen. Hast du das gesehen? Hat er den Übersteiger gemacht? Das habe ich nicht gesehen. Eiei, der Flauder wollte auch mal den Übersteiger machen. Schaue ich mir nachher, wenn ich zu Hause bin, in der Wiederholung an. Also angetäuscht. Und er will irgendwie gar nicht abstoßen. Aber jetzt hat er es dann doch gemacht. Und Soriano, der geht dem Ball entgegen. Ja, ja, natürlich. Schiri steht gut, hat das gesehen. Da hat er ihm nämlich von hinten einen so in den Rücken gegeben. Und ich glaube, der böse Wicht, das war von Piszowski, ne? Ja, genau. Von Piszowski, der Mann mit dem schönen Namen. Und Tunay Deniz wollte einen schönen Ball schlagen auf Serkan Fierat. Der ging aber ein bisschen zu weit. Einwurf Elversberg von rechts. Ganz feine, adlige Art war das nicht von Piszowski. Das stimmt, das stimmt. Eher die Rustikale. Tunay Deniz richtig stark erobert. Soriano spielt den Ball auf Hussein Bassic. Der auf links, auf Serkan Fierat. Wieder die Außen, die Flanke kommt. Serkan Fierat geht in den Strafraum. Ziehen! Ah, dann ist er erst mal geblockt worden. Ecke Ecke wird es geben für den UFC. Das ist jetzt die vierte, glaube ich. Also vierte Ecke für den UFC. Und dann wollen wir mal genau hinschauen. Denn von der linken Seite, da schickt sich jetzt Tunay Deniz an. Fünfte Ecke. Da. Ne. Fünf zu vier. Also fünf zu vier steht es in der Ecke für Elversberg. Aber das ist ganz egal. Jetzt schauen wir, was passiert. Und Tunay Deniz, der hat sich das Bällchen zurechtgelegt. Jetzt hebt er die Hand, da kommt er reingeflogen. Auf dem ersten Pfosten erst mal abgewehrt von Elversberger Seite. Dennoch bleibt der UFC im Ballbesitz über Serkan Fierat. Und Tunay Deniz, jetzt kommt die Flanke erneut vorne rein. Kapstein. Ja, ja. Ist dort schon irgendwie zu Fall gebracht worden. Im Strafraum. Aber, tja. Es wird mit einem Abstoß hier weitergehen. Hast du es genauer gesehen? Ja, er hat irgendwie die Arme, den Ellenbogen ein bisschen ins Gesicht bekommen, als er hochgestiegen ist. Und der Elversberger konnte nicht so hoch steigen, hat die Arme hochgenommen, hat es ein bisschen ins Gesicht bekommen. Ich würde sagen, handelsüblicher Zweikampf. Alles gut. Weiter geht es mit Abstoß von Lehmann. Also, dann geht es hier mit dem SVE im Endspurt sozusagen vor der ersten Halbzeit weiter. Aber der UFC ist schon wieder zurück an der Kugel. Also, das muss man überhaupt sagen, war eine starke erste Halbzeit, wenn wir denn bis hierhin schon Bilanz ziehen wollen. Ganz starker Auftritt des UFC, der sich hier keinesfalls versteckt hat. Ganz im Gegenteil. Drei richtig hochkarätige Chancen haben wir gesehen. Da mussten sie sich schon mächtig strecken, die Elversberger. Und nur das Törchen fehlt noch. Das fehlt noch, aber wir sind in der Offensive so gut. Wir können von der Bank so gut nachlegen. Das eine Tor, was es hier heute vielleicht braucht, das kann ja immer noch fallen. Und jetzt hat Fellbauer auf rechts den Ball, wirft ihn ein. Lappreword spielt zurück. Fellhauer artistisch mit der Spielverlagerung auf links, auf Baumgärtel, der jetzt auch schnell wieder zurück auf K, wer auch immer das ist, in die Flanke kommt. Kopfball Baumgärtel, der durchgestartet ist. Der Linksverteidiger köpft knapp über das Tor. Stefan Flauder hat wieder den Ball zum Abstoß. Und jetzt habe ich es auch gesehen. Jetzt artistisch spielt Flauder den Ball, um ihn sich jetzt hinzulegen. Aber das war schon eine bessere Möglichkeit für Elversberg, muss man ganz klar sagen. Aber irgendwie will es nicht mit den Toren auf beiden Seiten. Wir sind in der Schlussminute, gleich ist hier Halbzeit. Und dann können wir auch mal ein bisschen durchschnaufen. Es sind schon richtig tropische Temperaturen, mindestens dort unten auf dem Platz. Und dann erwarten wir gleich in der zweiten Halbzeit einen ähnlich starken Auftritt. Und wenn wir dann das Ding noch reinmachen, dann sind wir alle glücklich. Aber jetzt aufpassen, die Elversberger, sie kommen nochmal hier in den Schlusssekunden, kann man gar nicht anders sagen. Hier, was den ersten Durchgang angeht. Jetzt hier aus dem Mittelfeld heraus rechts gelegt. Ja, ja, schon wieder dazwischen. Serkan Fira, klasse, also richtig toller Einsatz. Und jetzt der UFC mit Soriano. Ja, 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 hat erstmal Hussein Basic mitgenommen. Der geht jetzt hier ein bisschen ins linke Halbfeld rein. Serkan Fira hat gefunden. Und ja, muss mal gucken. Jetzt verlagert es sich noch einmal über Kapstein auf die halbrechte Verbindung. Schellenjetzki schaltet sich ein. Breitenbach, während das UFC-Echo hier lauter und lauter wird. Der UFC, ja, ja, bleibt im Ballbesitz. Komm, jetzt lass uns noch so ein Ding kurz vor der Halbzeit machen, oder? Das wäre es mitten in den UFC-Wechselgesang hinein. Ah, der Schiri, geile Vorlage vom Schiri. Ja, was denn? Das ist eine neue Regel, wenn der Schiedsrichter den Ball berührt, dann muss sofort... Ja, aber er hat den Serkan Fira so geil angespielt, durch die Lücke. Richtig schöner Pass, aber Regel ist Regel. Schade, dass er da noch dran war. Das wäre eine gute, richtig gute Situation gewesen. So hat Jellinjetzki den Ball an der Mittellinie. Schade, dass es Regeln gibt. Naja, also, war eine kleine Slapstick-Einlage. Wie gesagt, die ersten 45 Minuten, die sind rum. Wir haben ein tolles Spiel gesehen, absolut auf Augenhöhe. Die Elbersberger mit Chancen, der UFC mindestens drei richtige Hochkaräter. Und jetzt ist Halbzeit. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir gleich rechtzeitig wieder zurück. Ihr macht euch jetzt erst mal ein Kaltgetränk auf. Und ihr habt jetzt Gelegenheit, nochmal auf fanradio-ofc.de, ja, auch die Kontoverbindung der Offenbarer Kickers zu sehen. Und da könnt ihr euren Unterstützer-Beitrag einspielen. Das wäre ganz klasse. Ich sage allen herzlichen Dank, die sich schon beteiligt haben. So, ihr Lieben, gleich wird es weitergehen. Wir sind wieder für euch da. Immer das schnellste Medium rund um die UFC, UFC-Fanradio. Immer einen Ticken schneller dran. Der UFC, der kommt zurück aufs Feld. Die Elbersberger, die waren schon eine ganze Weile da. Also, die werden auch mal ein bisschen analysiert haben. Und was man hier so hört, großes, ja, respektable Kommentare von Elbersberger Freunden. Die sagen, Mensch, das sieht richtig gut aus. Echtes Spitzenspiel. So, dann haben wir hier noch schnell ein paar Grüße. Thomas aus Dreieich schreibt, babbelt man ein paar schöne Dinge rein. Mein Nachbar, der guckt St. Pauli auf der Terrasse. Und hoffentlich spielen wir bald, ja, die an die Wand. beziehungsweise der Sieg muss her. Und ein Donnerschlag will er noch hören. Und jetzt dann schauen wir, denn gleich geht es weiter hier auf dem Feld mit dem Elbersberger Anstoß. Da hebt er die Hand und dann nehmen wir exakt wieder für euch die Zeit. Und dann pfeift er an. Jetzt geht es weiter und das Ganze ist jetzt wieder im Gange. Und hier kommen die Elbersberger. Ja, ja, erst einmal links oben am Tor vorbeigeschossen. Also so können Sie erst einmal weitermachen. Keine Gefahr fürs Offenbarator. Ja, und jetzt ist die Zeit für Penny Protect. Das kann man gar nicht anders sagen, denn wir werden jetzt hier mächtig bebrezelt von der Sonne. Gott sei Dank haben wir diese tolle Sonnencreme dabei. Unser Regisseur, der hat jetzt schon ganz aufgeregt gefragt, wo ist die Sonnencreme? Und die Kamerafrau, die braucht es hier natürlich auch jetzt vorne. Die steht in der Gluthitze. Also wir sind bestens geschützt mit Penny Protect. Das freut uns sehr. Und Flau das sicherlich auch. Ich habe gesehen, die ganze Mannschaft hat dort kartonweise diese tollen Produkte empfangen dürfen. Jetzt erst einmal schön den Ball empfangen, auch wenn er dann links ins Aus tropft von Soriano. Ich schaue mal, ob gewechselt wurde. Und so wie ich Nico kenne, der hat das auf einen Blick sofort gesehen. Wir haben auf keinen Fall gewechselt und die Elversberger, soweit ich das überblicken konnte, auch unverändert. Beide Mannschaften und Zreto Ristic und Majan Kovaciewicz laufen gerade außen rum zur Trainerbank vor dem Gästeblock. Und Zreto gibt hinter dem Tor von Frank Lehmann Anweisungen an den UFC, der hier keinen Einwurf hat, sondern Elversberg wirft ein. Also da kommen sie, ja, ja, jetzt haben sie hier energisch den Ball erst einmal ins Feld wiedergebracht. Auf der linken Seite die Elversberger. Allerdings alles noch in den eigenen Reihen, noch in der eigenen Hälfte. Da, wo wir sie am liebsten sehen. Jetzt haben sie das Spiel ein bisschen breit gemacht. Ja, da geht er hier ins Zentrum rein. Schön durchgestiegen. Oh, aufpassen, aber nee, nee. Wunderbar abgelaufen von Ronny Marcos. Direkt in die Fänge von Stefan Flauder. So soll es doch sein. Ja, der UFC baut jetzt wieder auf. Schillen jetzt G auf Breitenbach, auf rechts. In die Mitte auf Dennis, der war gefährlich. Aber Okungbova bekommt den Ball. Soriano sichert ihn. Hussein Bassic spielt jetzt Hermes auf rechts. Der geht in den Strafraum. Allein vor Hermes. Und da ist er drin. 1-0, UFC-Dotterschlag. Mensch, da ist das Ding drin. Und da tobt er hinten. Der Offenbacher Mob. Unglaubliche Szenen. Der UFC führt tatsächlich hier im Top-Spiel in Elversberg. Und was für ein Brett. Nico, erzähl es uns. Geiles Ding. Hermes wird auf die Reise geschickt. Setzt sich durch gegen den Elversberger. Der zu Boden fällt. Will ein Foulspiel ziehen. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Hermes geht in den Strafraum. Steht allein vor Lehmann. Und hämmert das Ding saucool zum 1-0 in die Maschen. Und wenn du nicht weißt, wohin mit diesem Scheißding, dann hau es rein. Das hat sich auch Hermes gedacht. Und jetzt für die UFC. Ja, überfallartig haben wir sie hier sozusagen aus dem falschen Fuß erwischt. Die Elversberger. Ui, ui, ui. Das sollte dem UFC in die Karten spielen. Letztes Mal war es ja andersrum. Ja, und da haben die das 1-0 gemacht. Das Spiel dann heimgeschaukelt. Und wer weiß, ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen geahnt. Vielleicht werden die gelb-blauen Trikots noch ein Verkaufsschlager. Ja, das ist hier auf dem guten Weg zum Verkaufsschlager zu werden. Und jetzt natürlich im Gästeblock. Bombenstimmung. Das Tor direkt vor dem Gästeblock. Die Auswechselspieler alle haben sich vor dem Gästeblock. Oh, der hat uns hier. Das war ganz knapp. Der Ball ist hier voll an uns vorbeigeschossen. Ei, 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 Tunay Dennis. Mit dem haben wir nachher noch ein Wörtchen zu reden, oder? Das geht so nicht, Tunay. Aber er hat gut gezielt an uns vorbei. Und genau da, wo keiner sitzt, hat fast die Mülltonne noch getroffen. So, also Elversberg. Ja, ja, jetzt mit dem Stockfehler der UFC schon wieder im Vorwärtsgang. Versucht es jetzt hier. Wer die linke Seite erst nochmal abgestoppt. Ja, und ich schaue mal zur Uhr. 49 Minuten gespielt. Er soll doch jetzt abpfeifen, oder? Das wäre okay. Jetzt. Pfeif ab. Es wird warm, es wird anstrengend. Schiri, pfeif ab. Ja, also das ist bei diesen Temperaturen nicht zu verantworten, dass jetzt noch weiter gespielt wird. Er muss abpfeifen. Aber wie auch immer, der UFC ist auch noch für ein zweites Tor gut. Denn der hat schon in der ersten Halbzeit gezeigt, dass er hier richtig gut die Räume zumacht. Hinten gutes Auge bewahrt, schön umschalte. Und dann vorne die Dinger auch drauf gesammelt hat. Auch wenn es noch nicht so funktioniert hat. Jetzt mit dem schnellen Tor nach der Halbzeit. So kann, so soll es doch unbedingt weitergehen. Ja, das macht wirklich richtig Mut. Und zum, wie sagt man so schön, psychologisch richtigen Zeitpunkt, den hatte im letzten Spiel hier in der Vorsaison im Mai, hatte Elversberg direkt nach der Halbzeit das 2-0 gemacht. Und jetzt ist es der UFC. Aber Elversberg kommt. Sambasic passt gut auf. Ronny Marcos hat den Ball. Einwurf UFC auf links. Ja, und ich habe hier Grüße vom Stefan Schäufler. Mensch, bringt doch unbedingt was mit aus Elversberg. Und Grüße gehen an die Fanclub Birstein und Ostkreis Power usw. Und so weiter und so fort. Peter Neumann soll gegrüßt werden, der heute 60 Jahre alt wird, aus Niederoden. Da schließen wir uns an. Happy Birthday. Und ja, wir wollen dir einen Dreier bescheren. Und der UFC, der ist auf einem guten Weg. Der ist auch weiter konzentriert. Jetzt die Elversberger hier im Mittelfeld. Ja, da wird sofort zugemacht. Ja, ja, ja. Und jetzt wird es Freistoß geben hier im Mittelkreis für die Elfen. Ja, das haben sie sich erst mal anders vorgestellt hier. Denn da kamen sie zurück aus der Halbzeit. Wollten selbst hier aktiv werden. Und dann macht der UFC gleich mit dem ersten Angriff das Ding. Ja, besser konnte es eigentlich kaum laufen für unsere Mannen. Also, jetzt 51. Minute und wunderschönes Bild auf der Anzeigetapel. 1 zu 0 für die UFC. Also, und dann erst mal hinten rausgehauen. Ja, Elvers oder die UFC klärt. Und jetzt kommt Elversberg wieder. Die müssen jetzt natürlich anrennen. Die müssen jetzt noch aktiver werden. Und Ronny klärt. Ne, Breitenbach. Das ist ja die andere Seite. Breitenbach klärt gut zum Einwurf. Der kommt jetzt wieder zurück auf den Kapitän, auf Konrad. Der schlägt das Ding in den Strafraum. Aber an Freund und Feind vorbei. Abstoß Flauder. Ja, der hat es natürlich nicht allzu eilig. Wer will es ihm verdenken? Stefan Flauder, der vorhin schon zweimal mächtig gut pariert hat. Da war er richtig gut auf seinem Posten. Hat einmal einen Kopfball aus mittlerer Distanz richtig gut aus dem Eck gefischt. Und dann den Nachschuss. Der hat hier wieder seinen Teil dazu beigetragen, dass noch nach 51 gespielten Minuten die Null steht. Auch wenn wir ihn loben, wollen wir ihn nicht herausheben. Denn das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung bis jetzt, was wir hier sehen. Der UFC hochkonzentriert, taktisch diszipliniert. Ja, und er hat sich endlich, endlich belohnt. Denn das hätte auch schon in der ersten Halbzeit das eine oder andere Türchen fallen können. Jetzt Elversberg erneut im Aufbau. Schon wieder der OFT dazwischen. Breitenbach gut gemacht. Jetzt versucht er dort rein. Ja, ja, ja. Zu kommen noch in den Zweikampf. Und die Elversberger erst einmal mit Langholz versuchen sie es. Kapstein. Gut, erst einmal mit dem Kopf abgewehrt. Und Okungboba. Ja, ja. Ja, jetzt hier das OFC-Echo, das hört ihr. Ja, jetzt geht es hier erst einmal auf Sicherheitsspielen. Hinten raus, nichts riskieren und dann auf die Chance warten. Die Elversberger, die werden natürlich, ja, auch in der Bruthitze dann nochmal ein bisschen aufmachen müssen. Die werden nochmal, ja, zulegen müssen. Und das könnte, ja, die Chancen und die Möglichkeiten für uns bringen. Auf jeden Fall, wenn der Gegner aufmacht, Umschaltspiel, können wir den Ball gewinnen. Und jetzt wieder Hussein Basic verlagert richtig gut auf rechts, auf Breitenbach. Der geht wieder schnell nach vorne, treibt den Ball. Tunay Dennis kommt zu faul, aber Hermes wieder in den Schraubraum. Schuss und knapp. Und wieder war es Hermes. Donnerschlag auf die OFC-Fans zu. Spielen sie. Ja, wehe, wenn sie losgelassen. Gerade auch Hermes. Der hat jetzt richtig Lunde gerochen. Ja, das Spiel, das Umschaltspiel über rechts, richtig stark. Und Tunay Dennis, der wurde gefoult, als der Ball auf rechts gespielt wurde zur Chance. Beschwert sich hier noch beim Schiedsrichter. Da sollte er sich ein bisschen zurücknehmen. Ist schon gelb verwarnt. Aber das war wieder eine richtig gute Chance. Eigentlich eine Kopie des 1 zu 0. Hermes wird in den Schrafraum geschickt und schießt knapp drüber. Und Tunay Dennis hat jetzt die Ansage bekommen. Das war es. Eine Aktion noch. Und dann fliegst du vom Platz, weil er sich beschwert hat. Aber ich verstehe auch gar nicht, warum er sich da beschwert hat. Es wurde... Ja, jetzt taktisches Foul. Es gibt jetzt Gelb, oder? Er hat ja kein Gelb gegeben. Husein Basic. Der hat nämlich den Textiltest hier durchgeführt. Und das Elversberger Trikot hat zwar standgehalten, aber der Spielfluss, der musste erst mal unterbrochen werden. Folglich richtig. Freistoß. Elversberg, schnell ausgeführt. Die kommen ihrerseits über die rechte Seite. Ja, ganz auf der Außenbahn. Versuchen sie es jetzt dort. Ja, ja. Erst einmal den Haken geschlagen. Dann kommt da vorne rein. Kapstein. Gut dazwischen. Oh, eingeleitet. Ja, ja, ja. Tunay Dennis. Ja, ja, ja. Und da gibt es Gelb. Also hier... Also, das ist der Kollege. 26. Ja, ähm... Mal gucken. La Prevot. Ja, La Prevot, genau. Und sechs Offenbacher. Kann man hier gar nicht erkennen in dem Trikot. Ja, der Charles hat hier Tunay Dennis abgeräumt und Tunay Dennis liegt noch am Boden, aber steht auf und jetzt wird der Freistoß gleich ausgeführt. Es hat Tunay Dennis, ja, richtet sich noch die Stutzen, aber dann geht es gleich weiter. Und jetzt da ziemlich genau 55 Minuten. Und auf der Stadionanzeige wird die gelbe Karte für La Prevot angezeigt mit dem OFC-Logo. Das ist ja der Hammer. La Prevot mit dem OFC-Logo hat Gelb bekommen, steht auf der Anzeigetafel. Oh, unglaublich. Also, die zählen die noch zum OFC. Dabei spielen er in ihren Reihen. Also eine kleine technische Panne hier auf Elversberger Seite. Wir wollen sie nachsehen. Aber lustig, ich glaube, unser Kollege hier hat es fotografiert. Schickt mir das mal. Das ging über die Mediengruppe, Medienteamgruppe. Du hast es gleich entdeckt. Ja, ich habe eigentlich nur schauen wollen, wie viele Minuten wir gespielt haben. Und dann war es da und dabei lustig, weil im Spiel hier im Mai war er La Prevot verletzt, war gar nicht dabei. Das heißt, da war er irgendwie noch im System eingetragen. Fehler passieren. Witzig war es. Der OFC ist im Spielaufbau wieder mit Okunbova. Raus auf links, auf Kapstein. Jetzt der OFC hat natürlich die Zeit, jetzt einen ruhigen Spielaufbau anzugehen. Sollte den Ball aber nicht verlieren. Gut geklärt von Kapstein und Hussein Bassic. Ja, vielleicht jetzt mal, ne, ne, die Elversberger erst mal zurück an der Kugel, sage ich und straffe mich lügen. Schön dazwischen gegangen. Und jetzt kommt die Flanke. Lukas Hermes wird wieder geschickt. Und das ist immer seine Position. Dann vorne auf der rechten Bahn. Da hat er ja hier ein ums andere Mal für Gefahr gesorgt. Jetzt kommt die Flanke vorne rein. Nein, die Elversberger verteidigen mit Mann und Maus dort hinten. Also unser OFC, der hat noch nicht genug. Ja, das Spiel speziell in der ersten Halbzeit war das Spiel über beide Außenbahnen richtig gut. Jetzt über rechts dreimal schon richtig gut durchgekommen. Gut aufgepasst von Elversberg hier die Hereingabe von Breitenbach. Jetzt Elversberg ist im Ballbesitz. Um Spielkontrolle wieder bemüht. Krischowski spielt den Ball auf rechts, auf Fellhauer, der wieder zurück. Also die Elversberger, sie gehen noch nicht all in. Sind weiter um einen guten Spielaufbau bemüht. Ja, hinten raus. Jetzt immer noch in der eigenen Hälfte. Auch für die Mittellinie. Die Elversberger rechts rausgelegt. Ronny Marcos dazwischen mit dem Kopf. Serkan Vierrad. Also Grabstein wählt erst mal die Schattenbahn sozusagen. Es ist nur noch eine ganz kleine Schattenbahn, die hat er jetzt gewählt. Ronny Marcos, der war zu weit. Den konnte Serkan Vierrad nie und immer erlaufen. So bleibt es von 1 zu 0. Hermes hat getroffen, kurz nach der Halbzeit. Der OFC liegt vorne. Ja, da hat der Hermes geliefert. So, Wortspiel abgearbeitet. Der OFC über Okungbova. Jetzt kommt wieder die Verlagerung. Gut, auf Serkan Vierrad auf links. Der schaut, wo kann er hinspielen. Ronny Marcos überläuft. Ja, haben sie gut gelöst. Jetzt Ronny Marcos. Jetzt muss die Flanke vorne kommen. Und dann lässt er den Ball fallen. Aber nein, nein, nein. Da geht er auf der Torlinie, aus der Torauslinie sozusagen. Eieiei, das war die nächste gute Möglichkeit für den OFC. Oh, oh. Also, denen macht es richtig Spaß, hier auf die vielen, vielen Offenbarer Fans hier zuzuspielen. Und die quittieren das auch ein ums andere Mal mit toller Anfeuerung und Stimmung. Ja, und super Job von euch, schreibt hier der Volli. Und ja, Grüße gehen an Jeremy Werner und den SC Steinberg, so wie an meine OFC-Freunde. Und das haben wir jetzt hier ausgerichtet. Weiter geht es jetzt hier gleich mit dem Abschlag vom Elversberger Tor. Und wenn der Zeit hat, der Kollege Lehmann, dann haben wir auch Zeit. Also das haben wir mit kein Problem. Und da wird noch gewechselt, ja. Also auf Elversberger Seite Doppelwechsel, oder? Ja, Doppelwechsel. Es sind rausgegangen, sind La Brevotte und Suero reingekommen. Muss ich gerade mal schauen. Und Techerchi und, sehe ich noch nicht, wer noch reingekommen ist. Also Techerchi ist auf jeden Fall reingekommen. Doppelwechsel bei Elversberg, das trage ich gleich nochmal nach, wenn ich es gesehen habe. Nee, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Also auf jeden Fall, Top-Torschütze Suero Fernandes. Letzte Saison 21 Tore. Verzeihung, hat heute nicht wirklich stattgefunden. Den hat die OFC-Defensive richtig gut im Griff gehabt. Und jetzt der OFC wieder, Breitenbach, bringt die Flanke. Und Zoriano wird vom Ball gedrängt. Erneut Riesenmöglichkeit für den OFC. Also der drückt weiterhin aufs Elversberger Tor. Hier soll noch einer nachgelegt werden. Und die Elversberger, naja, die haben jetzt hier schon mächtig gewechselt. Die versuchen es nochmal. Ja, also bei Elversberg sind rausgegangen La Brevotte und Suero. Und reingekommen Techerchi und Tragon. Das sind beides positionsgetreue Wechsel. Elversberg nach wie vor im 4-2-3-1. Und jetzt Elversberg mit dem Einwurf auf der rechten Seite, nachdem er im Befragungsschlag vom OFC ausgelandet ist. Aber da ist nicht wirklich Platz. Der Ball muss zurückgeworfen werden auf den Innenverteidiger. Der wieder zurück auf die rechte Außenbahn. Und der OFC bekommt keinen Einwurf. Okay. Einwurf für Elversberg. Der zieht ab. Erstmal ins Gebirg. Aber Breitenbach, der versucht nochmal nachzulegen. Wieder Lukas Hermes gesucht. Und gefunden auf der rechten Bahn. Jetzt kommt die Flanke vorne rein. Oh, da hat Tunay Dennis das Ding nicht in die richtige Richtung lenken können mit dem Kopf. Aber der OFC eigentlich jetzt hier mit Dauerbeschuss aufs Elversberger Tor. Ja, also gerade auf rechts Lukas Hermes macht ein Riesenspiel. Gerade schon wieder auf die Reise geschickt. Setzt sich da immer richtig gut durch gegen seinen Gegenspieler. Der OFC erobert wieder den Ball. Die Elversberger kommen momentan nicht raus. Und die Anfeuerung aus dem Gästeblock, aus den beiden Gästeblocken kommt. Und sie geht rüber auf den Platz. Ah, Malte Karpstein. Naja, hat da den Einwurf zugesprochen bekommen. Oder sogar Freistoß. Das muss man mal abwarten. Ich glaube, sogar Freistoß wird es geben. Ja, und ich habe es hier nochmal zu sagen. Da steht es unten im Laufband. Wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro braucht es. Deinen Unterstützerbeitrag. Der fehlt noch. Das wäre klasse. Dann können wir für euch immer weitermachen. Das wäre ganz, ganz toll. Jetzt der OFC erneut mit dem langen Holzort vorne rein in den Strafraum. Schiri sagt, weiterspielen, weiterspielen. Aber da haben wir doch aufgeschützt gesehen. Wie auch immer für den Elfmeter vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber für uns OFC-Fans, allemal genug. Jetzt Sercan Vierrad in die Mitte reingezogen. Also es geht nur in eine Richtung. Und das ist die Richtung. Das Elversberger Strafraum des Elversbergers Tor. Powerplay jetzt das OFC. Da kommt er vorne reingeflogen. Und da muss in letzter Sekunde fast auf der Torlinie klären der Elversberger. Ja, ja, aber der Offenbacher kommen da weiter mit. Tonight Dennis und Breitenbach und Okonboba. Also sie versuchen die Elfen jetzt förmlich zu überrollen. Das kann man gar nicht anders sagen. Denn es geht hier nur in eine Richtung. Und das findet fast alles dort vorne vom Elversberger Strafraum statt. Also der OFC jetzt hier im Neuaufbau. Elversberg erst einmal dazwischen. Ja, und ich hatte es gerade gesagt, wir brauchen eure Unterstützung. Es geht auch zweimal 20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag. 3,33 Euro im Monat. Das kann ich sagen, weil das Spiel jetzt unterbrochen ist. Bitte schließ dich an, sodass wir komplett für euch weiter senden können. Immer das schnellste Medium rund um den OFC, euer OFC-Fanradio. Ja, und die Kondoverbindung ist unten eingeblendet. Jetzt gibt es auch einen Wechsel auf Offenbacher Seite, oder? Was sehe ich da tatsächlich? Soriano wird wohl gehen. Genau, Bostic kommt für Soriano, der hier ein gutes Spiel gemacht hat. Wieder gegen den Ball. Richtig gut gearbeitet hat, sich in Zweikämpfen aufgerieben hat. Die Elversberger Innenverteidiger müde gemacht. Und jetzt kommt wieder, wie ungefähr gleicher Zeitpunkt gegen Homburg, der feilschnelle Bostic. Und ich sage mal, der Bostic, der macht jetzt das Deckelchen drauf. Das wäre es. Das ist jetzt hier die Phase, wo du den Zweiten nachlegen kannst oder musst. Wie der Volker eben so schön gesagt hat, wir haben die Elversberger gerade richtig gut. Die kommen hinten überhaupt nicht mehr raus. Wenn du jetzt das Zweite nachlegst, dann sieht das richtig gut aus. Aber der OFC steht im Abseits. Ein Freistoß gibt es bei Abseits. Ja, aber da gibt es keine zwei Meinungen der OFC. Das bessere Team hat mehr vom Spiel, insbesondere in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit. Ja, da war das sehr, sehr ausgeglichen, muss man wirklich sagen. Also da ging es rauf und runter, viele Chancen. Drei an der Zahl für den OFC, da hätte es schon klingeln müssen. Allerdings die Elversberger auch mit ihren Möglichkeiten. Aber jetzt hier in der zweiten Halbzeit spielt nur der OFC. Und der versucht auch jetzt wieder an die Kugel zu kommen. Allerdings die Elversberger erst einmal im Mittelfeld hier Zweikampf-Sieger. Da geht es hier durchs Zentrum, reingestiebitzt. Und ja, ja, jetzt. Der gibt Elversberger, das kann doch nicht sein. Für sowas gibt es nicht. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Ach nee, komm. Elfmeter Elversberg. Ach, hör auf. Da waren die jetzt hier überhaupt noch nicht in unserer Hälfte, in unserem Strafraum. Und jetzt kriegen sie mit der ersten Möglichkeit Elfmeter. Eieieiei, das ist ja jetzt richtig nervig. Hast du es besser gesehen? Ja, also der Elversberger spaziert in den Strafraum. Okungboba kommt von hinten, trifft den Ball. Der Gegenspieler geht zu Boden. Ich habe es nicht richtig gesehen. Vielleicht ist es eine Situation, in der man Elfmeter pfeifen kann, aber nicht muss. Aber er hat es gepfiffen. Und jetzt tritt, wer tritt an? Ist das Dacay zu Eiro Fernandes eigentlich. Der Elfmeterschützer hat letzte Saison 8 Elfmeter reingemacht. Flauda Haldin, komm Flauda. Flauda, packt hier die Kugel. Also rhythmisches Klatschen jetzt auf Elfmeter Seite. Flauda steht ganz seelenruhig im Tor. Jetzt läuft er an. Und ja, da ist das Tor 1 zu 1. Meine Herren, meine Herren. Das stellt den Spielverlauf zumindest in der zweiten Halbzeit jetzt erstmal vollkommen auf den Kopf. Aber weiter geht's, munter putzen, weiter geht's. So hat man sie jetzt ein bisschen zurück ins Spiel geholt. Naja. Das ist ein dummes Ding. Schade, schade, schade. Tor für Elbersberg. Wer hat es denn genau gemacht? Ich glaube, es war Dacay. Ich habe es nicht richtig gesehen. Aber es dürfte die Nummer 27, Dacay. Ja, Dacay hat den Elfmeter souverän reingemacht. Hat ihn in die rechte Ecke. Flauda war, glaube ich, auf dem Weg in die linke. Hatte keine Chance. Jetzt steht es 1 zu 1. Und jetzt sind vielleicht die Elbersberger wieder im Auftrieb. Eieieiei. Da haben wir hier ein Powerplay abgefeuert. Meine Herren, sie richtig unter Dauerbeschuss genommen. Und dann das Ding per Elfmeter. Na ja, weiter geht's mit dem UFC. Schön, da vorne wird klug. Da wird Brozic geschickt. Allerdings erst einmal an der UFC zurück. An der Kugel. Und der Ball geht ins Seitenhaus. Einwurf wird es geben für Elbersberg. Direkt vorm offenbarer Sitzplatzblock. Allerdings stehen die auch dort unten. Die hält es nicht auf den Sitz, die UFC-Fans dort. Ja, sitzen schön im Schatten. Aber jetzt sehen sie erst einmal die Elbersberger am Spielgerät mit dem Einwurf. Ja, rechte Seite. Der einzige Schattenkorridor. Und Okungbova klärt den Ball ins Aus. Aber der UFC hat einen Wurf. Ronny Markus. Usain Basic spielt den Ball nach vorne. Und jetzt der Kampfierer Csik Basic. Der ist im Strafraum, aber wird zurückgepfiffen abseits. Schade. Also, der ging dann doch deutlich übers Tor. Und es gibt... Ja, der nächste Angriff. Allerdings von hinten erst einmal aufgebaut. Die Elbersberger. Jetzt schon in der offenbaren Hälfte. Auf Hörter mit Linie wird es Einwurf geben. Schnell ausgeführt. Ja, die Nummer 6. Der neue Mann, Patrick Tragorn, spielt den Ball zurück in die Innenverteidigung. Während Elbersberg einen dritten Wechsel vorgenommen hat. Kager, der Mann auf links außen, ist rausgegangen. Und Müller ist neu reingekommen. Felix Müller, erfahrener Mann. 28 Jahre alt. Er hat zuletzt bei Unterhaching in der dritten Liga gespielt. Ist allerdings sehr verletzungsgeplagt. Der Mann hat vor drei Jahren noch zweite Bundesliga gespielt. Und in den letzten zwei Spielzeiten insgesamt nur 13 Einsätze wegen Verletzungen sammeln können. Der ist jetzt hier auf der 10. Spieltag. Und der UFC bekommt den Freistoß, weil Karpstein gefoult wurde. Den wird Okumbova in der Mitte der eigenen Hälfte ausführen. Sieht Usain Basic, der wieder zurück. Ja, jetzt hört man die Elbersberger Fans auch. Da steht das kleine Grüppchen und sinkt. Also, weiter geht's mit dem UFC. Der muss jetzt erst einmal sehen, dass die Elbersberger die Kugel hinten rumspielen. Und dann kommt der Crosspass rüber auf die rechte Seite. Ja, Ronny Makos ist dazwischen. Und dann wird er ganz in die Abwehrreihen zurückgespielt über Karpstein. Und Jelen Jetsky kann jetzt die Seite gewechselt werden. Und Breitenbach. Tonay Dennis hat es mal versucht, dort vorne wieder Lukas Hermes in Szene zu setzen. Naja, also Freistoß wird's geben für Elbersberg. Ihr macht das ganz, ganz super. Großes Lob an euch. Bringt die drei Punkte mit nach Hause. Schreibt Michael Müller. Not der UFC, das ist seine Botschaft. Freut uns sehr. Und... Ja, liebe Grüße auch aus der Schweiz von Martin Stiller. Grüße gehen an Jenny und Heiko nach Gödeburg. Viel Spaß auf der Hochzeitsreise. Und drei Punkte für unsere Kickers. Ja, und jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Denn jetzt geht's weiter hier mit dem Freistoß. Aber das... Ja, hat sich schon erledigt. Denn der Ball ist in Offenbarer rein. Es wird dort hinten einen Abschluss geben. Von Stefan Flauders Tor. Unseren Schlussmann, der heute wieder ein ausgezeichnetes Spiel macht. Auf jeden Fall. Beim Elfmeter konnte er nichts machen. Der war richtig gut geschossen. Da ist er verladen worden. Und jetzt eben gerade hat Dennis Hussein-Basic auch noch gelb gesehen. Das heißt, unsere komplette Zentrale, Okungbova, Dennis und Hussein-Basic, ist gelb verwarnt. Da müssen wir aufpassen. Und es wird reagiert. Ramay hat sich die ganze Zeit schon warm gemacht. Und jetzt kommt auch noch Bojai zur Auswechselbank. Also es wird gleich einen Doppelwechsel geben. Ramay und Bojai kommen auf Offenbacher Seite rein. Denn natürlich muss jetzt wieder mehr nach vorne kommen. Und seit dem Elfmeter Elfmeter aus dem Nichts. Schön erstmal reingespielt von Breitenbach. Hermes, wird da umgeflügt. Ah ja, Mensch. Da musst du auch mal einschreiten. Also, dann geht es wohl weiter mit dem Eckball. Einwurf, das kann man gar nicht sehen von hier. Okay, Einwurf. Ah ja, tatsächlich Einwurf. Wir sehen es jetzt auch hinter dem Kamerastand und den Zäunen. Und die Elfmeter versuchen sich erstmal mit dem Kopf da zu befreien. Ja, schön gemacht. Ossar, dort vorne rausgespielt. Nee, nee, der geht ins Seitenhaus. Ja, schade, schade, schade mit dem Ausgleich. Denn der UFC, der spielte ja wie entfesselt. Ja, machte das 1 zu 0 und drückte und drückte weiter. Ja, und dann aus dem Nichts der Ausgleich. Aber der UFC versucht weiterhin hier, sein Spiel zu machen. Auch wenn jetzt andersrum gepfiffen wurde. Das heißt, es wird wohl Freistoß geben für Elfersberg. Und Wechsel gibt es. Ich glaube, wir stehen ein bisschen auf. Dann können wir die Sonne noch ein bisschen von uns fernhalten. Gut, dass wir Penny Protect haben, unsere tolle Sonnencreme. Sonst wird es ganz unerträglich hier in der prallen Sonne. Also, herzlichen Dank an Dr. Olaf Stille und sein tolles Team, die uns hier ausgerüstet haben. So, und was gab es denn an Wechsel? Ja, Vierat ist raus. Jekyll hat ein gutes Spiel gemacht, ist rausgegangen. Und neu dabei jetzt Ramay auf der linken Außenbahn. Und er soll jetzt noch mal den Speed auf die linke Außenbahn geben. Es ist heiß, da kann man nicht 90 Minuten Vollpower geben. Jetzt auf links, frische Kraft. Weil die Angriffe in der zweiten Halbzeit, die kamen fast alle nur über rechts. Und jetzt über links soll vielleicht noch mal Neupower durch Ramay hineingebracht werden. Jetzt aber erst mal die SVE mit Baumgärtel. Aber Hermes passt gut auf. Tunai Dennis schickt Bossic. Der Hermes, jetzt muss der Ball auf links gehen. Oh, das war ein ziemlicher Fehlpass von dem. Das war der Zirkung-Bowa-Spielen. Das hat nicht ganz gepasst. Allerdings hier Breitenbach mit großem Einsatz. Und die Elfersberger im Neuaufbau. hinten raus. 1 zu 1 für die, die später erst dazugestoßen sind. Der UFC ging in Führung nach der Pause. Lukas Hermes hat das Ding gemacht. Und dann gab es den Elfmeter zum 1 zu 1. eigentlich das erste Mal, dass sie überhaupt an unserem Strafraum waren in der zweiten Halbzeit. Aber so kann es gehen. Ja, mitten hinein in die Offenbacher Trankphase. Und jetzt seit dem Elfmeter ist der Druck vom UFC abgeflaut. Aber jetzt vielleicht Bossic legt ihn raus auf Ronny Markus. Der geht auf links in den Strafraum rein, bringt den Ball. Abgefälscht. Und Lehmann kann die Blanke halten. Lehmann hat ihn. Aber wieder ein guter Angriff. Gut vorgetragen von Offenbacher Seite. Über Ronny Markus auf der linken Seite. Hat er direkt mal draufgezogen. Und jetzt wieder zurück an der Kugel. Breitenbach und Jelenjewski, Gabstein. Dann ganz zurückgespielt auf Stefan Flauder. Jetzt pressen die Elversberger dann durch. Doch, stehen jetzt ein bisschen höher. Ist ja logisch. Müsste natürlich hier zu Hause was tun. Denn wird das Unentschieden nicht reichen. Für uns vor dem Spiel habe ich gesagt, Unentschieden wäre eine gute Sache. Andererseits, wenn du dann führst und so Druck machst, dann willst du natürlich mehr. Aber gut, wir wollen eins nach dem anderen. Und schauen wir mal. Jetzt der UFC. Zurück am Ball? Ja. Also Jelenjewski. Jetzt Ronny Markus. Das Spiel aufgemacht. Und Elversberg am Ball. Ja, da langer Ball in Richtung Busic, der den Ball nicht ganz behaupten konnte. Elversberg hat geklärt. Ramey hätte eben fast den zweiten Ball bekommen. Aber jetzt baut Elversberg wieder ruhig über den Innenverteidiger Kapitän Konrad auf. Rüber auf die rechte Seite Piszowski auf Fellhauer. Und der wieder auf den Sechser-Dakai, den Tor schützen. Die Elversberger kommen jetzt. Kleinteil liegt nach vorne. Müller treibt den Ball durchs Zentrum. Jelenjewski klärt richtig gut. Ganz souverän gemacht von Jelenjewski. Ja, gnadenlos dazwischen gegangen. Oh, jetzt kommt sie auf die Socken. Jetzt geht es hier richtig auf die Socken. Oh, oh, oh. Muss nicht sein. Ja, der Ball geht Richtung Busic. Der Elversberger-Verteidiger klärt rustikal. Aber der UFC ist im Ballbesitz. Busic liegt noch am Boden. Steht wieder auf. Ist im Inbegriff des Aufstehens. Aber der Schiedsrichter eben hat er viel. Und er lässt das ganze Spiel viel durchlaufen. Dann hat er eben mal zwei Situationen. Rio Boos mit Gelb geahndet. Und jetzt lässt er wieder die Leine ein bisschen locker. Einwurf Ronny Markus über links. Ja, 76. Minute. 1 zu 1 steht's. Der UFC macht ein tolles Spiel. Viele, viele Chancen gab es schon. Und eine würde uns vielleicht noch reichen, wenn sie denn reingeht. Ja, und aber auf der richtigen Seite auch ist. Aber mal schauen. Die Kickers-Viertelstunde ist jetzt im Moment angebrochen. Vielleicht wurde in Offenbach geläutet. Wer weiß das schon. Und jetzt der Einwurf. Ronny Markus wirft zurück auf Schillenjetzki, der den Ball annimmt. Und jetzt auf Tunay Dennis verteilt. Der wieder auf Okungbo war. Ich hätte die Glocke gehört aus Offenbach, oder? Ja, also da hat sich jemand wirklich ins Zeug gelegt, dass es die wieviel Kilometer, 200 Kilometer bis nach hier getönt ist, um den UFC nochmal anzutreiben. Der währenddessen ein langer Schlag landet dem Aus. Die Elversberger mit dem schnellen Einwurf. Und wieder der Spielaufbau über Konrad. Der findet keine Anspielstation. Tritt auf den Ball. Dreht sich um. Und Dakai, der Torschütze. Jetzt hat er den Ball ins Aus geschlagen. Und jetzt ist er wieder. Ei, ei, ei. Das war jetzt. Was macht er denn jetzt? Der Torschütze, Dakai ist irgendwie angeschlagen. Deshalb haben die Elversberger den Ball ins Aus gespielt. Jetzt kommen auch die Betreuer aufs Feld. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, in welcher Situation das passiert ist. Aber er hat irgendwas abbekommen und muss jetzt behandelt werden. Das wird natürlich hier auch für die Trinkpause genutzt. Tuna Dennis hat sich gleich mal die Trinkflasche hier vom Elversberger Kollegen geschnappt. Von Müller. Und die wird jetzt auch gleich weitergereiht hier an Osser. Also, schön, dass man sich da einig ist. Eine Hand wäscht die andere. Und jetzt wird Dakai an die Seitenlinie begleitet. Wird außen weiter behandelt. Lukas Hermanns wird den Ball einwerfen und zurück zu den Elversberger Spielen, die ja den Ball ins Aus gespielt haben. Ja, weil es noch unterbrochen ist, sage ich es nochmal. Wir brauchen eure Unterstützung. 40 Euro oder zweimal 20 Euro vor Runde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag. 3,33 Euro. Kontoverbindung blenden wir unten ein. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Haut es rein, so wie unsere Buben. Dann haben wir alle viel Spaß. So, die Elversberger. Ja, ja, ja. Finden nicht so richtig den Gang nach vorne. Waren sie einmal vorne. Ja, und dann gab es den schon Elfmeter. Jetzt sind sie ein zweites Mal vorne. Nee, nee. Schellenjetzki gut aufgepasst. Ja, ja. Breitenbach mit großem Einsatz. Ja. Hat er erstmal gut gelöst. Und Elversberg im Rückwärtsgang. Überhaupt, muss man sagen, sie spielen gar nicht wie ein Heimteam, ne? Nein, die Elversberger sind jetzt ein bisschen die passive Rolle, haben sie angenommen. Halten jetzt aber im Zweikampf ein bisschen körperlicher dagegen. Und Schellenjetzki verliert zwar das Kopfballduell. Der Ball geht aber zu Breitenbach, der zurückspielt zu Flauder. Das Tempo ist ein bisschen raus, aber es ist warm, es ist heiß. Da kann man keine 90 Minuten Volldampf geben. Wobei der UFC zumindest von der Konzentration her richtig gut bei der Sache ist. Und, ja, Chancen, das Spiel zu gewinnen, die gab es allemal. Oh, maß. Und ich sag mal, das wird nicht die letzte gewesen sein. Hermes hat sich da schön reingedreht, nimmt den Ball mit im Zentrum, links rausgespielt. Schön das Seitenwechsel, da ist der Platz. Jetzt kommt von Ronny Makus die Flanke. Kopfball. Ja, da wird er zwar ein bisschen getackelt, aber das war zu wenig für den Elfmeter. Aber, aber, aber die UFC-Fans, die sind schon wieder hellwach und lautstark bei der Sache. Denn es wird Eckball geben für den UFC von der linken Bahn. Und das Ganze in der 79. Minute. Da kommt jetzt Florent Bojai ins Spiel. Und wer wird gehen? Ja, ich schätze mal einer der gelbverwarnten, Dennis oder Hussein Basic. Denn die komplette Zentrale ist gelbverwarnt. Da muss man aufpassen, kann nicht so in den Zweikampf gehen. Da wird vielleicht Bojai auf die Acht gestellt. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Tunay Dennis an Freistoß reinbringt. Aber zuerst haben die Elfersberger noch gewechselt. Pfeil ist raus und die 22. Da gibt es den Wechsel schnell ausgeführt jetzt. Und dann wird der Eckball kommen für den UFC. Jetzt hebt er die Hand, da kommt er reingeflogen. Hinten am zweiten Pfosten, Karpstein hochgestiegen. Und es gibt erneut Ecke für den UFC von der rechten Seite diesmal. Und ihr hört es, UFC, UFC skandieren sie. Die 400 mitgereisten Fans verteilt auf zwei Tribünen. Einmal hinterm Tor und einmal auf der Schattenseite, auf der Haupttribüne. Und jetzt sind wir in Erwartung des Eckstoßes. Von der rechten Seite, da kommt er. Erstmal dann Freund und Feind vorbei. Und dann bittet er zum Tänzchen. Da kommt die Flanke vorne rein. Kopfball! Oh, gute Möglichkeit. Aber erst einmal aufgepasst dort hinten in Elfersberg. Ja, Strafraum. Und der UFC bleibt aber im Ballbesitz. Ja, also Tunay Dennis setzt hier Breitenbach in Szene. Ja, Dennis Jusenbasic und Okungbova. Ja, immer noch der UFC im Ballbesitz. Also, das kostet schon richtig Kraft, denn der UFC, muss man sagen, würde ich sagen, über das ganze Spiel mindestens mit 60, 65 Prozent Ballbesitz. Ja, hochgerechnet stimmt das. Und jetzt wird Ramay geschickt, aber Stand im Abseits. Freistoß Elfersberg und der UFC wird doppelt wechseln. Stark und Bojai kommen rein in der 81. Minute für, sehen wir jetzt gleich. Hermes verlässt den Platz, der ein bockstarkes Spiel gemacht hat, das Tor gemacht hat, noch zwei richtig gute Aktionen hatte. Riesenspiel. Hermes Stark wird dafür auf die rechte Seite gehen. Und Tunay Dennis verlässt ebenfalls den Platz für ihn. Kommt Bojai auf die Acht. Also, die Offenbarer Fans dort hinten auf der Haupttribüne, die haben eben mächtig Betrieb gemacht, was den Schiedsrichter angeht. Da waren sie wohl nicht ganz so einverstanden. Und das haben sie ihnen hier auch mitgegeben, auf den Weg, verbal zumindest. Und jetzt erst mal weit nach vorne geschlagen, die Elfersberger. In der Rückwärtsbewegung der UFC aufpassen. Ja, ja, schon am Strafraum, aber dann gut gemacht. Erst mal von Denis Husinbasic. Und jetzt Bojic. Der Presse dort früher eine Früh drauf. Aber allerdings Lehmann einen Tick. Erst einmal schneller. Der Ball war ja auf ihn zugerollt. Insofern logisch hat er den besseren Zugang. Und Flauder, der hat die Kugel. Exakt noch acht Minuten zu gehen. Damit könnten wir leben. Aber, aber, aber. Ja, vor dem Spiel, wenn man mir gesagt hätte, 1 zu 1 in Elfersberg, hätte ich es gekauft. Aber nach dem Spielverlauf ist dieser Ausgleich bitter. Das einzige Mal, dass Elfersberg wirklich vor das Tor gekommen ist. Schießen die das Tor, aber jetzt der UFC. Ramay und Bojic kommen nicht ran. Elfersberg befreit sich. Einwurf, UFC, auf Höhe der Mittellinie. Ja, und ihr hört es weiterhin Anfeuerung. Und die machen mir Spaß. Denn die stehen die ganze Zeit in brütender Sonne. Und verlieren ihre Stimme nicht. Es ist klar, es geht ja auch um den UFC. Und der macht hier ein exzellentes Spiel. Das kann man gar nicht anders sagen. Allein die Chancenauswertung könnte man bemängeln. Aber, Leute, wir spielen gegen ein absolutes Top-Team. Viel gegen das Top-Team, Elfersberg, und das noch auswärts. Es sieht zwar nicht so aus, als ob wir hier auswärts spielen würden. Denn der UFC mit größeren Spielanteilen, auch der besseren Spielanlage. Aber die Elfersberger natürlich gnadenlos effizient. Ja, sind einmal vor das Tor gekommen in der zweiten Halbzeit. Haben ein Tor gemacht. Aber jetzt kommen sie wieder über links, über den neuen Mann, über Müller. Der setzt sich gegen Breitenbach durch, geht in den Strafraum, legt den Ball zurück und da verpasst es die 24. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, Herr Schnellmacher. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Das war jetzt mal ein besserer Angriff von Elfersberger Seite. Und jetzt versuchen sie es auch erneut. Ja, über die halbrechte Verbindung. Aber dann erst mal dazwischen gegangen. Aber es wird Abstoß geben, Abstoß geben, Abstoß geben. Denn, ja, ja, da wird hier noch reklamiert auf Elfersberger Seite. Aber da könnt ihr reklamieren, so viel wie ihr wollt. Es bleibt beim Abstoß. Stefan Flauder. Ja, und jetzt gehen wir in die letzten sechs Minuten des Spiels. Groß nachgespielt werden wird auch nicht. Und mal schauen, welche Mannschaft sich jetzt entschließt, noch mal mehr Risiko zu gehen oder ob beide sich sagen, den Punkt gegen den anderen Top-Favoriten, den nehmen wir. Wir sind gespannt. Heißschlussphase ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Ja, Schellenjetzki, da hinten jetzt mal die Kugel weg. Sonst werde ich unruhig. Die spielen da, na ja, aber sie können es halt auch. Ja, da mit einer Bierruhe haben die drei das da hinten weggespielt. Aber von außen... Die fehlt uns, die Bierruhe. Wir hätten auch mal ein Bierchen trinken müssen. Die fehlt uns. Es gab nur Wasser und Cola. Aber von außen sieht das schon immer riskant aus. Aber sie wissen, was sie machen. Ja, Boja, hat er geschubst, hat er geschubst. Das stimmt leider, das muss man sagen. Das können wir dem Referie nicht angreifen. Und so gibt es jetzt hier eine 85. Minute noch mal Freistoß für Elfersberg. Diagonal zum Tor sind das jedoch 39 Meter. Also, deswegen lauern sie jetzt da vorne auf der 16er Linie. Ja, haben sie erst mal nicht so gut hinbekommen. Jetzt kommt die Flanke dann vorne rein. Schön abgelaufen hier von Breitenbach. Hat er gut gelöst. Auf Osser. Ja, mit großen Schritten vorbeigezogen. Christian Stark in den Rücken gespielt. Das war schwierig, er war schon voll im Lauf. Ja, aber richtig stark von Breitenbach. Wer macht ein Riesenspiel? Okungbova ebenfalls verteilt den Ball auf rechts. Stark kommt leider nicht mehr ran. Sonst hätte er viel Wiese vor sich gehabt. So, jetzt Elfersberg mit dem Spielaufbau über links. Baumgärtel. Einwurf für Elfersberg. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Breitenbach dachte, er bekommt den Einwurf für sich. Will einwerfen. Der Schiedsrichter hat für Elfersberg gepfiffen. Elfersberg hat schnell eingeworfen. Es wäre eine gefährliche Situation entstanden, weil Breitenbach noch an der Seitenlinie stand, um einzuwerfen. Aber der Schiedsrichter hatte das Spiel noch nicht freigegeben. Deshalb geht es jetzt in der Mitte der UFC-Hälfte mit Einwurf von links weiter. Ja, 2092 Zuschauer wurden hier gerade vermeldet. Davon bestimmt 400 aus Offenbach. Also unser Kontingent sozusagen. Das haben wir ausgeschöpft. Und ja, die Fans haben es richtig gesungen. Ohne Kickers wäre hier gar nichts los. Sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen. Und noch dreieinhalb Minuten sind offiziell zu gehen. Einwurf wird es geben für den UFC. Nee, für Elfersberg. Oh, da, da doch. Andersrum, das ist alles vor dem Strafraum der Offenbacher. Oh, oh. Ja, ja, jetzt vielleicht der Konter. Ja, das wäre nicht schlecht. Ramey, der Wirbelwind. Was macht er? Hat erst einmal die Kugeln mitgenommen. Geht immer noch. Ist immer noch im vollen Lauf. Jetzt zieht er ein bisschen rein. Richtung Zentrum. Booyai. Auf den falschen Schlappen. Großer Einsatz. Ja, was denn? Er hat noch den Ball. Och, und da gibt es Gelb. Meine Herren, da gibt es Gelb für. Ei, ei, ei. Also, das ist jetzt wirklich sehr, sehr unverständlich. Also. 87 Minuten, 10 Sekunden gespielt. Eins, zwei, eins steht's. Der UFC mit einem Bombenspiel. Und, ja. Komm, ein Ding müssen wir noch irgendwie reindrücken. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, das war ein riesen Tackling von Booyai, der Klaas klar den Ball trifft. Natürlich, ein bisschen Gegenspieler ist dabei. Aber so bei der Linie, die der Schiedsrichter hatte, hätte er es eigentlich laufen lassen müssen. Sei es drum. Elversberg baut auf. Bozic läuft an. Pieschowski hat den Ball auf halb rechts. Aber findet keine Anspielstation, sieht Fellhauer auf rechts. Der muss wieder abdrehen, weil der UFC die Räume gut macht. Jetzt hat wieder der andere Innenverteidiger den Ball. Verlagert den Ball auf links, auf Baumgärtel. Der Richtungszentrum zieht. In den Strafraum geschickt. Freitenbach passt auf. Und Okungbova klärt den Ball. Ja, aber jetzt die Elversberger mit einer Druckphase versuchen, den Hofstier einzuschnüren. Am Strafraum hat er quergelegt. Und jetzt macht die Huller weg. Oh, ist er kommen. Ja, 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 ja. Also jetzt gut umgeschaltet. Bozic, der will dort stark schicken. Kann man auch mal pfeifen, natürlich. Warum pfeifst du so spät? Ei, ei, ei. Ja, jetzt wird er mit heimischem Applaus hier bedacht von Offbacherfans. So nach dem Motto, er hat es gesehen. Ja, er hat es gesehen. Und er sieht, wie Zilenjewski sich jetzt den Ball zurecht legt. Schaut, wo er hinspielen kann. Der UFC formiert sich. Es sind noch anderthalb Minuten zu gehen. Zilenjewski bringt den Ball jetzt mit einem hohen Schlag rein Richtung Strafraum. Bozic geht hoch, verliert das Kopfballduell. Elversberg kann den Ball klären, bolzt ihn nach vorne. Karpstein hat ihn, spielt raus auch Ronny Markus. Von dem Seitenhaus. Reto hat den in seinen Fittichen. Ronny Markus, der soll jetzt einwerfen. Aber jetzt schaut er erst einmal. Oh, was gibt es denn jetzt wieder vom Schiedsrichter? Was gibt es denn jetzt? Oh, jetzt gibt es die Ermahnung. Aber er hätte längst spielen lassen können, auch wenn es jetzt für Elversberg eine Ermahnung gibt. Ja, Mensch, wir waren doch im Ballbesitz. Jetzt, ja, anfangs war er gar nicht kleinlich. Jetzt verpfeift er ein bisschen das Spiel auf beiden Seiten, wie auch immer. Also, jetzt erst einmal dazwischen. Die Elversberger versuchen ihrerseits jetzt zu kontern. Zwei Offenbacher gegen eine Elversberger. Nein, jetzt pfeift er wieder Freistoß. Meine Herren, also Freistoß Elversberg. Jetzt verliert er seine Linie und auch mit der Mimik. Der Schiedsrichter bringt jetzt komplett die Hektik rein. Und Karpstein, Karpstein ist zuerst am Ball. Der Gegenspieler fällt, er pfeift, gibt gelb. Jetzt gibt es noch, also der Schiedsrichter hat in den letzten zehn Minuten das Spiel ein bisschen verloren. Hat am Anfang alles laufen lassen, alles laufen lassen. Jetzt pfeift er jede Kleinigkeit ab und beschert Elversberg einen gefährlichen Freistoß. Ja, das Ganze aus 32 Meter, halbrechte Verbindung. Große Konzentration jetzt nochmal an den Tag legen. Kickers Buben ganz in gelb-blau. Denn der wird Richtung Elfmeterpunkt kommen. Da muss man kein großer Prophet sein. Da wird er wohl reingeschlagen werden. Ja, da hinten immer noch Verletzungsunterbrechung. Oh, oh, ist das jetzt spannend. Die 90 Minuten, sie sind um. Sie sind um. Ja. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch überstehen. Und dann nehmen wir hier den Zähler mit. Da lege ich mich fest. Das war zwar ein bisschen mehr drin, aber jetzt müssen wir erstmal bangen um den Zähler. Also. Es wird noch lange nicht weitergehen, weil der liegt ja immer noch dort hinten im Feld. Der Schiri ist noch bei ihm. Auch wenn die dort vorne hier schon so tun, als ob der Freistoß gleich ausgeführt würde. Also. Ja. Also das wird die wohl vielleicht letzte Aktion werden hier. Und jetzt geht es rüber auf die linke Seite. Genau. Da geht es weiter mit dem Freistoß. Dass sich das jetzt hier aufgelöst hat. Und das ist nochmal eine ganz, ganz brenzlige, gefährliche Situation für unsere Offenbacher Kickers. Also. Jetzt, Jungs, gut zusammenstehen. Große Konzentration an den Dach legen. Und dann nehmen wir das Ding hier mit. Meine Herren, meine Herren, was ist denn das jetzt hier? Er treibt es aber auch wirklich jetzt auf die Spitze. Ja, er legt sich den Ball zurecht und legt sich den Ball zurecht. Jetzt geht der Schiedsrichter zurück, stellt die UFC-Mauer. Und jetzt wird Müller, dürfte das sein, den Ball bringen. Halbrechte Position. Gefühlt drei Minuten nach dem Foul. Drei oder vier Minuten hat er angesagt, will er noch spielen lassen. Donnerschlag. Ah, ja, ja. Jetzt kommt also der Freistoß. Dort vorne reingeschlagen. Kopfball. Ja, erstmal abgewehrt. Ronny Markus geht dem Ball entgegen. Und auch Ramay, der sollte jetzt den Körper davor stellen. Fünf Minuten will er nachspielen lassen. Das ist ein Eigerwitter. Da waren ja allein jetzt hier die Unterbrechungen ab dem Freistoß. Drei Minuten. Und jetzt auch wieder fragwürdiger Einwurf. Das hatte ich eigentlich andersrum gesehen. Die Elversberger in der Mitte der UFC-Hälfte haben von rechts einen Einwurf, den Fellhauer reinbringen wird. Aber er hat keine Anspielstation. Er muss warten, muss wieder verzögern. Sehr, sehr viele Unterbrechungen. Jetzt wirft er ein. Langer Ball. Okungbova klärt. Boja spielt den Ball auf rechts, aber stark war eingerückt. Gut, aber die Elversberger natürlich. Jetzt wollen sie die letzten Sekunden hier nutzen. Und jetzt versuchen sie natürlich hier richtig nochmal Druck zu machen auf das Offenbacher Tor. Sind auch schon in der Offenbacher Hälfte. Jetzt kommt er vorne reingeschlagen auf die rechte Seite. Ronny Markus erst einmal mit dem Kopf dazwischen. Oh, und Ramay, so kennen wir ihn, den Wusel. Ja, was macht er? War er noch da dran? Ja, 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 ja. Verspringt der Ball erst einmal. Allerdings in den Reihen der Elversberger. Und die versuchen es wieder mit dem langen Ball vorne auf die Strafraumkrantel. Ronny Markus, ja, ja, wird er niedergerungen. Und so wird es Abstoß geben von Stefan Flauder. Tja, und ja, wegen uns könnte er jetzt abpfeifen. Ja, nachdem man die Elversberger eigentlich die ganze zweite Halbzeit nicht gesehen hat, in den letzten fünf, sechs Minuten haben sie die Oberhand gewonnen. Und jetzt, so wie die letzten paar Minuten gelaufen sind, muss man dann mit diesem Punkt wirklich zufrieden sein. Nach richtig starker Leistung. Flauder wird jetzt abstoßen. Natürlich, wir haben es nicht mehr eilig. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sind. Flauder schlägt ab, lang nach vorne. Bozic geht ins Kopfballduell, gewinnt den Ball. Ramay hat den Ball auf linksaußen und wird umgepflügt und kriegt den Freistoß kurz hinter der Mittellinie. Ja, also, doch jetzt nochmal die Möglichkeit für den UFC. Und das wäre natürlich jetzt die Möglichkeit, alles klar zu machen. Vielleicht ist es die letzte Möglichkeit. Also, UFC mit dem Freistoß. Weit ist es noch, bis zum Tor. Ja, 41 Meter diagonal, aber da vorne muss er erstmal reinkommen. Und da stehen sie wieder, die üblichen Verdächtlichen. Der lange Osa, der lange Karpstein. Ja, und Bozic, der lauert natürlich auch. Jetzt kommt er reingeflogen. Oben, erstmal wird den Kopf verlängert. Oh, da wird Hand gefordert. Aber nein, weiter geht es. Der UFC bleibt erstmal im Ballbesitz. Osa, was macht er? Rechts rausgelegt. Bozic, schied ab. Tor, 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 Tor. Bozic macht das Tor. Und jetzt ist hier alles so, wie wir das haben wollen. Donnerschlag. Der UFC gewinnt den Elfersberg. Und wenn es Gerechtigkeit gibt, dann jetzt. Oh, ist das geil. Und da toben sie, die 400 Offenbacher Fans. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal angepfeffert wird. Aber das ist das Ding, Freunde. Das lassen wir uns nicht nehmen. Die Offenbacher Fans sind hinten über die Brüstung gesprungen. Hier von der Haupttribüne müssen jetzt erstmal zurückgefordert werden. Da gab es kein Halten mehr. Oh, der UFC, hast du umgestimmt. Fürth, 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 2 zu 1. Und längst sind wir weit über die Nachspielzeit. Hinweg, Freund, füraus und dann Pfeif ab. Ich glaube es nicht. Und das ist wirklich eine tolle, tolle Leistung gewesen, die uns Offenbacher Kickers heute hier vollbracht. Ja, was eine Fackel von Bozic. Osa Renren hat den Ball. Er wird geklärt. Er kommt am Strafraum hin zu Bozic. Der zieht einfach ab, schießt an allen Abwehrbeinen vorbei. Macht das Deckelchen drauf. Und der UFC gewinnt das Topspiel in Elfersberg. 2 zu 1. Donnerschlag ist das geil. Der UFC ist ganz, ganz oben auf. Was eine Leistung, was eine Energieleistung bei dieser Hitze. Und bei 90 Minuten absolut verdient. Eine bombenstarke zweite Halbzeit. Und dann in der fünften Minute, in der Nachspielzeit, in der letzten Aktion. Bozic zum 2 zu 1. Ist das schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Am Ekro verabschiedet sich Lars Kessner. Und Nico Reinecke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.